Ihr hört den einzigen Fachpodcast, hier ist der AndyCast mit der Jubiläumsausgabe vorgenommen. Nummer 124 live aus dem warmen Schoß von Bundeskanzler Olaf Scholz. Diesmal als AndyCast Classic mit Dennis und Renke. Hallo. Hey. Wie wird denn das jetzt eigentlich mit der Zeitrechnung überhaupt ab nächstem Jahr? Warum? Sagt man jetzt quasi eins nach Olaf oder wie? Nee, nee, ich meine jetzt einfach, weil das wird ja alles umgestellt, jetzt wo wir nur noch elf Monate haben. Also ich nehme jetzt, ich nehme jetzt nicht, ehrlicherweise nehme ich jetzt nicht an, dass der März noch Zeit haben wird, im Jahr tätig zu sein, wenn er jetzt schon CDU-Vorsitzender wird. Ja. Herzlich willkommen zum AndyCast. Das ist übrigens ein ganz alter, ganz alter Wochenshow-Gag aus den News, aus den Wochenshow-News. Oh Gott. Gelesen von Anke Enke, der hieß damals, das Jahr hat künftig nur noch elf Monate. Der Grund, Märzversagen. Ja, der ist jetzt, um das einzubilden in den Kontext, ist der ja jetzt CDU-Vorsitzender geworden, im dritten Anlauf. Ja. Und kann Englisch-CDU dahin bringen, wo sich viele schon ihrer Mitglieder fühlen, in der Vergangenheit. Sehr gut. Und das reizt sich ja eh, gerade in dieser allgemeinen Jämmerlichkeit an dieser Partei, irgendwie ganze Wochen von linksgelb schwandorenieren. Die linksgelbe Ampel, Dennis. Nee, linksgelbe Koalition, Ampel sagen sie nicht. Ampel ist, gönnen sie denen nicht. Achso. Seit Wochen ist es linksgelb. Und das lustigerweise ist, wenn man die ganzen Twitter-Hansel da anspricht, das Motto, naja, konstruktive Oppositionsarbeit und dann mit so einem Kampfbegriff arbeiten, nö, nö, den benutzen wir nicht. Das ist ja von der CSU. Man geht auf die Webseite der Fraktion, Ralf Brinkhaus, CDU, also Fraktionsvorsitzender und in der CDU, linksgelbe Koalition. Das ist ein offizieller Begriff, den benutzen sie jetzt bis zum Sandnimmerlandstag. Und die AfD wird ihn liebend gerne kopieren. So. Na, herzlichen Glückwunsch. Die sitzen jetzt ja auch nebeneinander. Ja, darüber haben sie auch richtig weinerlich gejammert. Und dann als, es gab da eine sehr schöne Rede von so einem FDPler, der einfach so das Best-of der CDU-Sprüche um die Ohren gehauen hat. Zum Beispiel der Klassiker, dass es ja rechts neben der Union ja keine Partei geben sollte, keine demokratische Partei. Okay. Das wird ihnen jetzt quasi in Erfüllung gegeben. Und da hat man gemerkt, wie in den Reihen das schmerzte. Naja. Aber zur linksgelben Koalition kommen wir später in der Sendung. Das stimmt. So viel hat er ja schon gesagt. Naja, haben wir es nicht schon verraten, dass wir heute mal, also wir können es ja mal sagen, das ist heute auf jeden Fall die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Auch wenn wir die Taktzahl ein bisschen erhöht haben in den letzten Monaten, so ein bisschen Weihnachten wollen wir auch noch machen. Und damit fangen wir jetzt an und hören uns dann vermutlich so am 7. Januar wieder. Ah, du siehst schon wieder Dinge fest. Wieso? Das ist einfach der erste Freitag im Jahr. Okay. Wir müssen ja auch am 8. Je nachdem. Mal gucken. Wir wissen, ey. Genau. Das ist ein bisschen Urlaub jetzt. Das tut, glaube ich, ganz gut, um auch mal den Kopf freizukriegen. Und deshalb machen wir jetzt das, was wir die ganze, oder was ich, besser gesagt, schon wochenlang vor uns her geschoben habe. Dennis, endlich geht dein Traum in Erfüllung. Du darfst heute über den Koalitionsvertrag reden. So ist der Flug nach Deutschland doch nicht umsonst gewesen. Ja, also machen wir gerne, aber vor der Kür kommt die Pflicht. NDR 1 Niedersachsen Mit Michael Thurnau Im Anycast. Renke, wer steht denn heute auf der Anycast-Schwarzen Liste? Neu auf der Anycast-Schwarzen Liste. Weihnachtshasser und Nörgler im Allgemeinen. Kaffee aus der Karlsbader Kanne. Paul van Dijk, nachdem ich gelernt habe, dass er nicht nur gegen das Tanzverbot ist, sondern nicht einmal mit Dick Van Dyke verwandt ist. Loser. Und diese neue Pokéball-Laden am Rosenthaler Platz. Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Pfui Deibel, ich schäme mich für euch. Und was melden die Nachrichtenagenturen, Renke? In den News heute zunächst natürlich Politik. Wende im Wahlkrimi um den CDU-Vorsitz, nachdem Friedrich Merz mit über 62% der Stimmen als deutlicher Sieger des Mitgliedentscheids hervorgegangen war, ist dieser nunmehr seit Tagen spurlos verschwunden, sodass es zu einer Stichwahl zwischen seinen unterlegenen Kontrahenten Norbert Röttgen und Helge Braun kommen wird. Auf die Frage, wann er Merz das letzte Mal gesehen habe, antwortete der ehemalige Kanzleramtschef Braun, noch keine Ahnung, da habe ich schon länger, in dem Lärz das letzte Mal gesehen. Wirtschaft. In Deutschland tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der chinesischen Videoplattform TikTok werden offenbar beim Versuch einer Betriebsratswahl behindert. Bei einer ersten Versammlung wählten sich nach Informationen des Magazins der Spiegel Führungskräfte ein, ein Personalverantwortlicher sogar unter falschem Namen. Einem Antrag auf Einsetzung eines Wahlvorstandes vor dem Arbeitsgericht widersprach das Unternehmen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien für die Rolle nicht geeignet. Weder beherrschen sie den Flossdance, noch hätten sie dem großen Führer Mao ewige Treue geschworen und mitgeholfen, den Plan Zersetzung der Demokratie durch autoritär-kapitalistische Inhalte vorzuschreiben. Oder wie der Plan intern genannt wird, Programm für Wohlbefinden und Resilienz. Kommen wir zu den Anycast-Verbrauchertipps, Dennis. Duftkerzen, vor allem in der dunklen Jahreszeit beliebt, brennen sie auch diese Tage wieder in deutschen Haushalten. Mit dem Geruch von Vanille, Zimt und Anis in der Nase stimmen sich viele auf das kommende Weihnachtsfest ein. Aber Vorsicht! Duftkerzen bringen nicht nur Gemütlichkeit ins Haus. Sie können auch gesundheitsgefährdend sein. Denn die in den Kerzen enthaltenen und beim Abbrennen freigesetzten Duftstoffe verträgt nicht jeder. Egal, ob sie natürlich oder künstlich hergestellt sind. Sie können bei empfindlichen Menschen zu Kopfschmerzen, Husten und Übelkeit führen. Jedenfalls bei Menschen mit Kopf, Lunge oder gutem Geschmack. Kommen wir damit, Dennis, zur Anycast-Aktie der Woche. Was ist denn heute unsere Anycast-Aktie der Woche? Die Anycast-Aktie der Woche ist heute ASML Holding für stolze 665,80 Euro. Wie hieß das Unternehmen nochmal? ASML. Rassist. Und die Anycast-Euro-Jackpot-Vorhersage für den 24. Dezember 2021, Dennis. Was sind denn die Zahlen? 5 aus 50. Die Anycast-Euro-Jackpot-Vorhersage für den 24. Dezember 2021. 14, 17, 23, 24, 31. Und die Euro-Zahlen? 1 und 3. Dankeschön, Dennis. Das war NDR 1 Niedersachsen mit Michael Thurnau im Anycast. So, Dennis, dann lege ich jetzt die... Obwohl, warte mal. Stopp. Hörst du das? Ja, nein. Ich höre... Ich glaube... Warte mal. Hast du gehört? Ja, du klopfst gerade gegen deine eigene Wand, ja? Nee. Da klopft ein Jingle an die Tür. Was das wohl sein könnte? Hören wir rein. Das Anycast-Getränk der Woche. Wasser mit Sprudel. Das Anycast-Getränk der Woche. So. Ich sag, trink Cola, by the way. Cola? Willst du auch noch deins nennen? Wir können doch. Zeit haben wir ja. Wir sind doch kein festgefahrenes Format irgendwie im Radio. Und haben nur sieben Minuten. Nee. Nee, 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 nee. Dann, Dennis, fahr ab. Das Anycast-Getränk der Woche. Cola. Das Anycast-Getränk der Woche. So, hast du noch was, um zu vermeiden, um dieses, um, um, äh, hast du noch irgendwas, um zu vermeiden, dass wir über den Koalitionsvertrag reden? Nö, eigentlich, also damit habe ich jetzt alles, mehr habe ich nicht. Ich habe, ich habe sonst noch den Einkaufsmärkte-Round-Up. Kann ich nochmal abfahren? Können wir alles, ja, dann fahr die nochmal kurz ab. Das Anycast-Einkaufsmärkte-Round-Up. Ich gehe gleich auf jeden Fall nach dieser Aufnahme noch zu Lidl und bringe Leergut weg. Das ist doch live. Ja, das macht ja nichts. Irgendwann ist doch live mal zu Ende. Das stimmt. So. Ab Binder, Dennis, Ab Binder, Ab Binder. Ab Binder, so. Das Anycast-Einkaufsmärkte-Round-Up. So, jetzt aber. Das Lustige ist ja, da ist es, ich habe schon, ich habe gerade kurze Sorge, dass meine Notizen zum Koalitionsvertrag weg sind, die ich irgendwie öfter im Rückflug gemacht habe. Äh, ja, der Koalitionsvertrag. Ich habe mir das Ding durchgelesen. Hast du irgendwas davon gelesen? Ich habe Teile tatsächlich gelesen, ja. Also Teile, die mich interessiert haben, was so immer so ungefähr drei oder vier Seiten sind. Äh, können wir ja gleich mal durchgehen. Ich kann da sagen dann auch, was ich gelesen habe, dann wird ja auch klar, was mich nicht interessiert. Sowas wie Vielfalt und Gleichstellung, das interessiert mich überhaupt nicht. Ähm. Bestimmte Sektionen habe ich auch nur überflogen, während ich andere schon besser gelesen habe. Ich habe ja dummerweise keine Seitenzahlen aufgeschrieben, das ist jetzt das, aber das ist ja egal. Ihr findet schon. Man schreibt doch auch keine Seitenzahlen auf, Dennis, sondern eigentlich schreibt man, Moment mal, hä, oh Gott, was ist das denn? Der Koalitionsvertrag hat doch keine, äh, Zeilen. Doch, ich hatte, was, Moment mal. Also ich bin jetzt, hab den jetzt auf bundesregierung.de aufgerufen, muss ich sagen. Aber ich hatte neulich eine Version mit Zeilen, ziemlich sicher. Guck mal auf sbd.de. Sekunde. Merk-Fortschritt-Wagen. Nö, da ist nix, da sind keine Zeilen. Hm. Habe ich mir irgendeinen illegalen Leak gefunden. Ja. Von saschalobo.de oder so. Ich kann ja trotzdem nochmal aufmachen, dann kann ich mir die Sachen, äh. Ja, aufmachen auf jeden Fall, wir müssen so ein bisschen. Was sagen wir denn erstmal, Dennis? Du hast das Ding ja durchgearbeitet. Ich kann dich ja so mal, ich kann ja mal versuchen, all das, all das Inhaltliche jetzt mal aus dir rauszuziehen. Ich versuche mal so ein bisschen, dich zu interviewen und auch meine Technik ein bisschen zu schulen. Und du kannst endlich mal, endlich mal deine Meinung sagen. Ungefiltert. Da bin ich mal gespannt. Fangen wir doch mal an, direkt mit der, mit der ersten Seite. Und da gibt es, glaube ich, diverse Sachen zu diskutieren, wie ich finde. Was ist denn erstmal vom Design zu halten? Äh, und das meint jetzt Font. Das meint aber auch dieses komische Ampel, Striche, Überschriften, Emblem, Logo-Dings ganz oben drüber. Das meint aber auch, unten abgesetzt, diese Fußzeile mit spd.de, grüne.de, fdp.de. Dass das dann so drunter aber nicht so richtig in der Farbe abgegrenzt, sondern eher halt in der Farbe, also abgegrenzt in der Farbe, in der auch die... Du weißt, was ich meine. Was sagst du zum Design erstmal? Es ist alles wieder furchtbar, weil der Koalitionsvertrag ist aus Wörth. Das heißt, das siehst du auf der zweiten Seite, ist da plötzlich der Wörth-Standard-Font. Und da hört dann die Strigenz auf. Kalibri. Ja. Und auf der Star-Seite ist das halt Areal oder Helvetica. Oh Gott, Dennis, nicht über Fonts spekulieren, wenn du dir nicht ganz sicher bist. Die Font-Nazis erobern auch unsere Kommentare. Ja, nee, also das mit diesem Linienmotiv finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, man hätte es größer machen müssen und nicht nur so weiß. Und dann ist die andere Farbe, Frage, Farbe, Frage, der Spruch, mehr Fortschritt wagen. Uff. Ja. Ja, also kann man nicht einfach Koalitionsverträge nennen, aha, wir sind die Koalition aus SPD, Grüne und FDP und das ist unser Plan für 21 bis 25. Jetzt muss man immer sich so Überschriften ausdenken. Das geht ja noch von der Länge, aber der alte Koalitionsvertrag, das nimmt den Vorrang, das war irgendwie ein gerechtes, modernes Deutschland für sonst wo und hintenrum herum. Der war furchtbar, der Koalitionsvertrag. In Deutschland, den wir gut und gerne leben. Was hältst du von folgendem Vorschlag? Ja. Ich meine, es ist zu spät und wir können eh keinen Menschen überreden und niemand hört auf uns, aber was hältst du davon, wenn man einfach, also ich hätte es besser gefunden, wenn man unbedingt dieses mehr irgendwie und mehr wagen, das ist ja dieses Brandzitat, mehr Freiheit wagen und so. Also es wäre schöner gewesen, wenn man einfach gesagt hätte, mehr Fortschritt. Ja. Oder Fortschritt wagen. Ja. Beides wäre irgendwie besser gewesen und wäre so ein halbes Detail gewesen. Noch besser hätte ich gefunden, man hätte die Überschrift einfach gelassen und nur die Unterzeile da behalten. Ja. Und hätte es einfach überschrieben mit Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Der 2018-Koalitionsvertrag hieß, ein neuer Aufbruch für ein Europa, Umbruch, eine neue Dynamik für Deutschland, Umbruch, ein neuer Zusammenhalt für unser Land. Das sind keine Kommas oder so. Ah, du hast einen vergessen. Welches denn? Kostenlose Buffets für Peter Altmaier und Helge Braun. Achso. Der ist in meiner Vision jetzt nicht drin, aber vielleicht hast du ja das Karin-Priem-Special. So. Herzliche Grüße an die künftige Kultusministerinnen-Konferenz, Vorsitzende Karin-Priem. Ministerin, Kultusministerin übrigens in Schleswig-Holstein, hat mir das letzte Mal glaube ich gar nicht gesagt. Das Ding ist ja bei diesen Koalitionsverträgen, und das merkst du halt, warum die in Wörter gemacht sind, die sitzen da ja noch zu dritt aufeinander und schreiben das ja im Wörter rum, die Leute. Naja, klar. Das ist ja bis zur letzten Sekunde, wird da ja um Wörter gefeil. Gibt's eigentlich bei Office, ich bin jetzt schon länger kein Microsoft Office-Kunde mehr, gibt's da eigentlich mittlerweile auch so eine, also Google Docs von Microsoft? In dieser Teams-Lösung? Bestimmt, oder? Ja klar, es gibt Word Online schon seit Ewigkeiten. Du. Dennis, meine Office-Software ist immer entweder Open-Source oder Raub-kopiert. Schon immer. Hey, du schreibst doch auf MS-DOS. Manchmal hab ich aber auch einen Gutschein gehabt. Also irgendwas umsonst. Ich schreibe grundsätzlich meine Drohbriefe und Eingaben nur auf Schreibmaschine. Das ist authentischer. Ja, ist aber auch nachverfolgbar. Ja, das stimmt. Egal, wollen wir nicht in die Details gehen? Das jetzt erstmal zum Design. Dennis, ganz kurz vorweg, Management Summary. Was hältst du denn von dem ganzen Ding? Also es ist sehr viel und sehr viel klein Detailkram. Also ich hatte das Gefühl, also ich hab nur so vage Erinnerungen von dem Koalitionsvertrag von Union und SPD. Den hab ich nie gelesen, der war mir völlig scheißegal. Ja, aber der war immer auf so einer Ebene höher. Der war immer, das gab's ein paar Leuchtturmprojekte, also Mütterrente und das war's, glaub ich. Ausländermaut. Ausländermaut. Ausländer raus. Ausländer raus. Dieser hier, der neue, der ist so unglaublich detailliert und es gibt wirklich so Nebensätze, wo ich das Gefühl habe, da haben sie echt wahrscheinlich Stunden oder echt Minuten lang drüber diskutiert. Und man hat sich, glaub ich, nix gegenseitig gegönnt. Und das bestätigt sich ja so ein bisschen aus den Nacherzählungen, die jetzt Robert Tabeck gemacht hat, aus dieser wunderbaren Doku, wo er aussieht wie ein geschiedener Familienvater. Dass sie scheinbar SPD und FDP gegen die Grünen verbündet haben und das merkt man tatsächlich teilweise. Es gibt echt so Ecken, wo ich mir denke, okay, wie haben das die Grünen mitgemacht eigentlich? Natürlich, also Fortschritt wird hier sehr viel über Beton, Technik und andere Sachen definiert, vor allem Fortschritt. So, und das ist, das merkt man halt, ganz viel so Zeug, aber sehr detailliert halt vor allem und das ist positiv. Aber bedeutet auch, dass man, dass man quasi von Tag 1 anfangen müsste, das mal anfangen umzusetzen, weil das ist sonst echt nicht machbar. Aber ist das nicht, also ich hab das, fand das auch sehr, also wie gesagt, ich hab in Teilen gelesen, hab vorhin ein bisschen untertrieben, also ich würd sagen, das meiste überflogen und die Sachen, die mich besonders interessieren, hab ich tatsächlich gelesen, so ist es eher richtig. Und ich fand's auch sehr detailliert an vielen Stellen, also für einen Koalitionsvertrag sehr detailliert, aber meinst du nicht, das ist auch logisch, dass das so, also schön, ne, wie merkt man schon, Interviewtechnik schon wieder perfekt. Ich stelle dir jetzt eine geschlossene Frage und kündige sie hiermit an und hoffe, dass du dann einfach mit Ja antwortest und wir gehen weiter. Meinst du nicht auch, das liegt daran, dass man eben auch versuchen musste, oder dass ein großes Problem oder ein großer Stein im Weg, auf dem Weg zu dieser Koalition einfach ist, dass man auch Vertrauen herstellen musste zwischen Rot-Grün auf der einen Seite und der FDP auf der anderen Seite. Dass man irgendwie versuchen musste, dass die beiden auch sich vertrauen, sich an was zu halten und das mit so vagen Absprachen vielleicht gar nicht geht. Und wenn man sich so fremd ist, wie das Rot-Grün und die FDP in Teilen sind, dann muss man schon konkreter werden, um auch irgendwie was in der Hand zu haben später. Meinst du, das liegt nicht daran? Also, fandst du das, hat dich das überrascht? Ha, und doch, ne, das ist auch keine angeschossene Frage. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, die Konsequenz daraus. Ich halte aber trotzdem, das habe ich nochmal bei anderer Gelegenheit hier gesagt, diese Art der Koalitionsverträge, die über was fast 200 Seiten in Spiegelstrichen Dinge festlegen, für überholt, weil wir einfach in Zeiten von Krisen leben. Und ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, auch kommunikativ Leuchtturmprojekte zu beschließen. Also, große Projekte, das tun sie so ein bisschen in der Präambel, auch in diesem ersten Kapitel so ein bisschen. Aber man hätte, glaube ich, Leuchtturmprojekte machen müssen und die gut umsetzen und der Rest ergibt sich eh in der Religionskollektion, ergibt sich eh, weil das Ding ist, Koalitionsverträge sind zwar existierend, aber sie werden sofort in Frage gestellt. Es ist ja im normalen Alltag, dann heißt es, ja, aber die Gegebenheiten haben sich ja geändert und überhaupt und bla und fuhr. Und am Ende sitzen da halt irgendwie so Pinglinge, hier Hauptstadtjournalistinnen und zählen halt durch, was hat denn die Koalition geschafft. Und da kann man nicht gewinnen bei der Nummer, weil man wird diesen Koalitionsvertrag nicht eins zu eins umsetzen können. Einerseits hängt es einfach darin, weil es einfach viel zu viel ist, andererseits, weil das oft Europa ist oder zusammen mit dem Bundesrat und da sitzt die Union und die wird alles machen, wird alles tun, aber nix, was der Ampel hilft oder links gelb. Und ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, wirklich große Leuchtturmprojekte zu beschließen und die umzusetzen und den Kleinkram einfach nebenbei zu gucken. Aber das Ding ist, viel Kleinkram ist halt sehr viel, also das ist das Schlimme, viel Kleinkram ist sehr, sehr wichtig für gerade die beiden kleineren Parteien. Da sind sehr versessene Sachen dabei. Deswegen ja, einerseits, andererseits. Kann ich verstehen und ich bin auch eher auf der Seite, dass man nicht so viel reinschreiben sollte, aber vielleicht ist es nicht verhinderbar und wer weiß, wohin die Reise in vier Jahren geht. Vielleicht gibt es ja auch eine Fortsetzung oder so, ist ja nicht auszuschließen, vielleicht wäre es auch dann anders. Das wurde ja schon angekündigt. Das haben natürlich alle Parteien gesagt, dass viele Dinge darin seien, die nicht in einer Legislaturperiode zu schaffen seien und dieses Projekt sei auf Langfristigkeit angelegt. Ich gucke gerade mal in die Zusammensetzung des Bundesrates, wo du es gerade angesprochen hast. Ja. Also ich glaube, die Union kann da schon mächtig blockieren. Also es gibt ab 35 Sitzen haben wir die absolute Mehrheit. Jetzt sehen wir mal nur die Länder, in denen entweder Rot-Grün, Rot-Grün-Gelb oder, ja, mehr gibt es ja eigentlich nicht. Ja. Das ist irgendwie so, da gibt es da regiert und das sind, da haben wir einmal, was gibt es denn, Rheinland-Pfalz vier Sitze. Ja. Guckst du auf dieselbe Gaffee, wie ich gerade? Und da gibt es auch Hamburg drei Sitze. Da sind wir bei sieben. Fehlen noch 28. Nein, wir haben, ja, also genau. Das ist so die. So, dann könnte man noch Rot-Rot-Grün vielleicht dazunehmen. Ja, Thüringen. So, das sind dann Berlin, Bremen, Meck-Pom ist jetzt Rot-Rot und Thüringen. Also sind dann 8 und 3 sind 11 und 4 sind 15, 15 plus, was hatten wir gerade gesagt, 8 oder so. Fehlt immer noch einiges. Nein, wir können es nochmal andersrum zählen. Wir haben Baden-Württemberg mit der Union, das sind 6, Brandenburg sind wir bei 10, dann kommt Hessen, da sind wir bei 15, Niedersachsen 6 sind 21, dann kommt Nordrhein-Westfalen mit 6 sind 27, Saarland 30, Sachsen 34, Sachsen-Hanhalt 38 und Schleswig-Holstein. Nein, dann sind wir bei 42 und damit merkt man schon, die Union kann, wenn sie wollte, schon ordentlich blockieren. So, da kann man tatsächlich nur hoffen, dass die nächsten Landtagswahlen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, auch da die Union mal rauskegeln. Und da sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Wann sind Wahlen, hast du das im Kopf? Oh, warte, dann muss ich kurz auf wahlrecht.de gehen. Ja, das kann ich auch machen, du kannst in der Zwischenzeit weitererzählen. Ja, aber ich wüsste nicht, genau. Also wir haben jetzt Hessen am 14. März, so, das ist ja nur die Kommunalwahl. Also die erste Landtagswahl ist Baden-Württemberg am 14. März, dann Rheinland-Pfalz am 14. März, dann kommt Sachsen-Anhalt am 6. Juli. Sorry, ich erzähle gerade die Zahlen von 21. Gut, dass es dir nicht aufgefallen ist. Ja, ich bin jetzt aber auch soweit. Saarland fängt erst mal an. Ja, 27. März, 8. Mai, Schleswig-Holstein, 15. Mai in Nordrhein-Westfalen, 9. Oktober in Niedersachsen. Da merkt man halt schon, das sind schon zwölf Stimmen von den beiden großen Bundesländern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Dennis, das ist ja ein Superwahljahr. Geil. So, das heißt, und Schleswig-Holstein, Saarland sind beide vier, Saarland ist, glaube ich, drei. Man kann also schon nochmal… Ja, Niedersachsen und NRW, da gibt es zwölf Stimmen. Genau. Und damit könnte man tatsächlich, wenn die beiden Länder die Union da raus ist, könnte man den Bundesrat nochmal in eine Richtung kippen, die das Regieren auf Bundesebene einfacher machen würde. Zumindest bei den Gesetzen, die zustimmungspflichtig sind. Was hältst du denn von der Grobstückelung der Übersicht, dem Inhaltsverzeichnis? Das… Also man hat auf jeden Fall Wert drauf gelegt, das Inhaltsverzeichnis komplett, die komplette Seite zu nutzen. Das hat man irgendwie geschafft, indem man auch einzelne Kapitel unterteilt hat. Aber wie würdest du denn sagen, ist so die Anordnung? Wir können es ja mal kurz… Ich weiß nicht, ob das… Wir haben es auf jeden Fall verlinkt in den Shownotes. und raten euch natürlich auch dazu, das mal aufzurufen. Also es beginnt mit moderner Staat, digitaler Aufbruch, Innovationen, dann kommt Klimaschutz, dann Respekt, Chancen, soziale Sicherheit in der modernen Arbeitswelt, dann Chancen für Kinder, starke Familien… Ja, aber da merkst du schon. Da merkst du schon tatsächlich, warum dieser Geruch von die FDP hätte sich durchgesetzt. Das zweite Kapitel… Oder das erste inhaltliche Kapitel ist drei Buzzwords aus dem FDP-Programm. Ja. Natürlich haben die Grünen der SPD auch nichts dagegen prinzipiell. Ja eben, ich wollte gerade sagen, ist das schädlich? Nee, es ist nicht schädlich, aber man merkt halt, wo dieser FDP-Geruch herkommt plötzlich. Oder dieses Gefühl, die FDP hätte sich durchgesetzt, was nicht ganz stimmt, wenn man sich die Inhalte anguckt. Es ist sehr ausgeglichen am Ende alles. Aber das ist so die Sache, wo es dann so, okay. Aber dann kommt das große Thema der Grünen, so, mit einem Hauch FDP. Und zwar sozial-ökologische Marktwirtschaft. Ja. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Fragt sich, wer sich da jetzt hat, von wem über den Tisch ziehen lassen. Aber da siehst du auch direkt, Wirtschaft ist in diesem Kapitel drin. Und da siehst du auch schon die neue Aufteilung in der Regierung, dass das mitgedacht wurde schon. Dass das inhaltlich zusammen, also für die Koalition inhaltlich zusammengehört. Was, hast du an der Reihenfolge irgendwie irgendwelche Besonderheiten? Nee, nur, dass, also, dass halt der Klassiker ist halt, dass Außenpolitik immer so als letztes kommt, weil sich dafür niemand interessiert. Also Europa, Außenpolitik, Menschenrechte, Sicherheit, Verteidigung ist auch am Ende so einfach so reingequetscht. Und Außensicherheit, Verteidigung, Entwicklung, Menschenrechte. Das ist das neue Gedöns. Ich möchte aber noch auf eines hinweisen, das habe ich fast für noch ein bisschen interessanter. Es gibt eine Sache, die kommt noch nach der Außenpolitik und der Sicherheitspolitik. Zukunftsinvestitionen und nachhaltige Finanzen. Man merkt tatsächlich, dass die CDU oder dass die Unionsparteien nicht mehr in der Regierung sind, weil es scheinbar diesen schwarze Null, Geld, also wie sagt man denn, Haushaltsesoterik Teil, der ist zwar noch da inhaltlich, weil die FDP sich da durchgesetzt hat in vielen Teilen. Also nicht in allen, aber zumindest was den Bundeshaushalt anbelangt. Schattenhaushalte sagen wir bestimmt noch was zu. Aber der ist ganz am Ende. Das heißt, es wird nicht mehr so fetischisiert. Fetischisiert ist ein Wort. Ja, ne? Ja, ist es. Wird nicht mehr so als Fetisch draufgeschworen. Und das fand ich sehr interessant. Denn hast du den alten Koalitionsvertrag gerade offen? Ja, habe ich. Und ich sehe gerade auch die Kapitelüberschriften. Die sind alle sehr, also fängst du mal an hier, Familien und Kinder im Mittelpunkt. Offensive für Bildung, Forschung, Digitalisierung. Und dann gibt es so Sachen wie Zuwanderung, Steuern, Integration, Fordern und Unterstützen. Wo ist denn da, wo ist denn da Finanzen? Gar nicht. Weil, also als eigener Punkt, meine ich, ist der nicht so wirklich da. Also es gibt den unter erfolgreiche Wirtschaft für den Wohlstand von morgen, Finanzen und Steuern. Der zweite Punkt darunter. Aber ich glaube, ich weiß nur, warum es den nicht als eigenen Kapitel gibt, weil der jetzt sich quasi durchzieht und überall steht, wenn finanzierbar, Finanzierungsvorbehalt, Finanzierungsvorbehalt, Finanzierungsvorbehalt. Während hier ja quasi, das ist schon eine andere Systematik, wo gesagt, okay, das wollen wir erreichen. Genau, das wollen wir machen. Und am Ende sagen wir, okay, so wollen wir es finanzieren, das Ganze. Oder zumindest, das wollen wir erreichen und wir suchen nach Wegen, das umzusetzen. Genau. Ja, das ist, gut. Ja, Dennis, also mehr am Anfang habe ich gar nicht. Die Präambel ist ein bisschen viel Blabla. Ja. Können wir überspringen. Ist irgendwie alles, ja, ganz nette Prosa. Keine Ahnung, wer sich da austoben durfte. Irgendjemand, den man nicht inhaltlich arbeiten lassen wollte, ganz offenbar. Dann fangen wir doch mal an mit dem modernen Staat, digitaler Aufbruch und Innovation, Dennis. Was ist dir denn da so aufgefallen, Schönes? Das Wichtigste, was ich da finde, also es ist sehr viel auch wieder, der Staat muss für den Bürgerinnen arbeiten, Verwaltungsmonialisierung. Absurd. Ja, macht alles natürlich Sinn. Absurd, dabei weiß auch jeder, dass der Bürger für den Staat zu arbeiten hat. Ja. Es gibt da zum Beispiel auch diesen Digitalcheck und so anderes Gedöns, was für mich interessanter ist, und zwar ist das Planungsrecht für große Infrastrukturmaßnahmen. Ich glaube, ich gucke mal gerade, wo das ist. Genau. Und zwar unter dem Punkt Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung. Und das ist der, es ist ein spannender Punkt, weil das ist so einer, wo die Leute sagen, so, ach, müde, und weiter, skip. Aber, was damit gesagt wird, ist, die Ampel möchte Planungsrecht durchs Parlament schaffen in großen Projekten. Wie wird denn bisher so ein großes Projekt gemacht? Gucken wir uns doch mal an den, so den Fehmarn-Belt oder so eine Autobahn. Großstadt-Hauptstadt-Flughafen BER. Ja, genau. Sowas wird dann halt einfach, da gibt es dann einfach eine Planungsbehörde, die macht dann, bestellt einen Plan auf, der wird dann ausgelegt. Vorher gibt es noch ein Raumordnungsverfahren, dann stellt man bei irgendeiner Behörde, also zum Beispiel beim BER-Flughafen, war es so beim Landkreis Dame-Spreewald, stellt man einen Antrag auf eine Baugenehmigung. Genau. Die wird dann genehmigt. Vorher besitzen da halt die gleichen, die gleichen Leute, die auch über den Bauantrag entscheiden, werden, weil sich irgendwie Karl-Peter Kasupke einen Pool in seinem Garten bauen lassen möchte. Wobei der Landkreis Dame-Spree schon Spezialexperten da hatte, also gar nicht mal negativ, sondern die hatten tatsächlich abgestellte Leute für den Flughafen, die davon anordnen. Ja, aber ja klar, man merkt halt, wenn du eine Kommune hast, die nicht auf Zack ist oder so, oder du musst es halt bei mehreren Kommunen machen, weil es einfach ein Projekt ist, das übergreifend ist, alles ein bisschen, und dann gibt es natürlich die große Verwaltungsgerichtsbarkeit, die man halt da durchspielen kann dann dort. Also erstmal Antrag beim Verwaltungsgericht, dann Oberverwaltungsgericht oder Landesverwaltungsgericht und dann kann man das hochspielen bis zum Bundesverwaltungsgericht. Das dauert das Ganze und das verzögert Projekte und das ist natürlich auch eine Strategie, um so Projekte zu verhindern. Du hast jetzt sogar Zwischenschritte noch gar nicht erwähnt. Das gibt auch sowas, das ist nicht so, dass man dann zum Beispiel einen Bebauungsplan aufstellt und dann können Leute das beantragen nach dem Raumordnungsverfahren, sondern da gibt es auch nochmal, der muss dann vorgelegt werden, dann müssen Anwohner beteiligt werden und die haben Möglichkeit, sich dazu auszulassen. Dann muss die Behörde nochmal alle eingegangenen Stellungnahmen bewerten und so. Das ist sehr, sehr dezidiert geregelt, dieses Verfahren. Wer sich dafür interessiert, darf sich gerne mal das Baugesetzbuch abends mit ins Bett nehmen und mal durchlesen. Es ist wirklich, also von einem Teilhabeaspekt aus betrachtet, ganz cool, weil wirklich jeder Arsch und sein Bruder die Möglichkeit hat, sich zu beteiligen, also zumindest alle, die es angeht, haben auch irgendwie die Möglichkeit, sich zu beteiligen, dauert natürlich dann aber ewig und bei kleinen, so wir haben jetzt einen Bebauungsplan hier für ein Stück Land irgendwie auf der anderen Seite der Straße und da wollen wir irgendwie ein Wohngebiet oder ein Mischgebiet oder so hinbauen, aus Wohn und Gewerbe, da ist das irgendwie einfacher umzusetzen für so eine kleine Gemeinde. Aber wenn es dann so umso Großprojekte gibt, wo man nicht potenziell, keine Ahnung, 500 Leute hat, die irgendwie betroffen sind, weil auf einmal mehr Verkehr auf der Straße sein wird oder weil es dann abends irgendwie laut wird, weil die Wohnbebauung näher ranrückt. Sondern eben potenziell mehrere zehntausend Leute permanent betroffen sind von einem großen Industriegebiet oder eben einem Flughafen oder so, merkt man schon, das macht alles wahnsinnig komplex. Genau und deswegen heißt das jetzt, man werde halt, für geeignete Fälle kommt auch eine Übernahme des Raumordnungsverfahrens durch den Bund in Betracht und das gleiche auch für andere Projekte nochmal und es sind noch Projekte aufgelistet, aber im Prinzip, was dann passieren wird, ist, das Parlament beschließt das und dann gibt es genau eine Rechtsstufe und zwar, man kann davor vom Bundesverwaltungsgericht klar gehen und dieses Urteil, ja oder nein und dann ist Ende. Das beschleunigt das einfach komplett sehr schnell. Zusätzlich wird beim Bundesverwaltungsgericht nochmal an Stellen hochgeschraubt, damit die das auch leisten können, das ist der andere Faktor, das darf man ja auch nicht unterschätzen und damit werden Projekte einfach deutlich kürzer in der Planung und davon verspreche ich mir sehr viel, weil diese ganzen Projekte, die da auch erzählt werden, also jetzt Projekt aus dem Deutschland-Takt und die Hochspannungsgleichstrom-Übertragungsleitungen Südlink, Südostlink und Ultranet, wie es so schön heißt, die haben ja nicht nur… Das klingt übrigens wie aus Half-Life 4, aber gut. Die haben ja keine, nicht nur eine regionale Bedeutung, es geht ja nicht darum, irgendwie eine Zugangsstraße zu einem Neubaugebiet zu bauen, sondern die haben, das ist ein bisschen pathetisch, aber die haben nationale Bedeutung, ist schon relevant für alle in Deutschland, dass die gebaut werden oder nicht gebaut werden und vor allem sind das auch sehr politische Entscheidungen, es geht ja nicht darum, ob es sinnvoll ist, das ist ja eine politische Entscheidung, wir wollen den Schienenverkehr ausbauen und die Konsequenz daraus ist, dass wir diese Infrastruktur bauen müssen. So und das sollte dann aber auch politisch beschlossen werden und dann auch das Baurecht politisch kommen, so. Das machen andere Länder genauso, also zum Beispiel Dänemark im Vergleich von diesem Fehmarnbelt, da hat das Parlament das beschlossen, so. Und weil das Parlament das bezahlt auch, so. Und deswegen sollte das auch, deswegen verspreche ich mir davon sehr viel, wird aber noch sehr viel Streit geben, gerade auf grüner Seite, weil so der, das alles, was so im grünen Spektrum an Verbänden und Vereinen unterwegs ist, natürlich von den aktuellen Verfahren sehr, sehr profiziert im Sinne von Vermeidung, blockieren und das den natürlich so ein bisschen den Werkzeugkasten wegnehmt, um Projekte einerseits in ihrem Sinne zu lenken, aber auch als zu verhindern, so. Ich glaube auch nicht, dass es immer destruktives Verhalten ist, sondern eher tatsächlich so ein, ähm, viele Projekte sind noch in so einer Art geplant, nach dem Motto, naja, pff, wir bauen hier eine Straße, fuck, war auf die Umwelt, ähm, das, äh, ich glaube, das, äh, wird auch anders sein. So, davon verspreche ich mir jetzt tatsächlich sehr viel. So wie die Umgehungsstraße für die Ortschaft Bensersiel. Kommt die jetzt? Ist die auch im Projektsionsvertrag? Nee, Dennis, die gibt's schon. Achso. Die gibt's schon, das musst du mal googeln, das ist ein geiler Fall, ähm, wenn man durch, also, wenn du einmal in deinem Leben durch Bensersiel gefahren bist, dann weißt du, warum man da nicht durchfahren will, das ist halt so ein bisschen eng und verwinkelt und natürlich im Sommer ist da die Hölle los, ne, wenn die ganzen Touristen da sind, aber auch eben viele Einheimische, um mal irgendwie einen Tag an den Strand zu gehen. So. Möchte man außenrum fahren? Haben die also eine Umgehungsstraße gebaut? Ähm, mitten durchs Naturschutzgebiet. Und da brühten irgendwie tausende gefährdete Arten irgendwas Vögel und mittlerweile ist also durchgefochten, dass die Straße zurückgebaut werden muss, weil ist überhaupt nicht genehmigungsfähig da. War ein paar Jahre lang in Betrieb, ist dann irgendwann abgesperrt worden, dann stand da so ein Schild durch, waren verboten. Und dann wurden die sogar verknackt, die tatsächlich also auch mit einer physischen Barriere für Autos unbefahrbar zu machen. Okay, krass. Das ist tatsächlich, das ist so ein Klassiker, ähm, wer kennt das, ja, irgendein großes Infrastrukturprojekt und plötzlich kommt die gefährdete, rückenhaargestreifte, sonst was Moräne raus, so, die da brütet. Oder ihr lercht. Und das ist quasi der einzige Fleck auf diesem Kontinent, wo sie es tun, plötzlich. Da hat sich die Bahn, äh, hab ich das letzte Mal auch gesehen, die bilden jetzt Artenspürhunde aus. Weil die Bahn hat keinen Bock mehr darauf tatsächlich. Äh, und die will im Rahmen der Planung schon vorher rausfinden, was da rumfleucht und keucht, äh, um das quasi, ähm, in die eine Schnecke da. Die ist dummerweise schützenswürdig. Ja, so, und das will man, das ist, das ist also, äh, und gleichzeitig, was ich auch da sehe hier, äh, der Satz ist auch sehr schön, wir wollen die Rechtssicherheit im Artenschutzrecht durch bundeseinheitlich gesetzliche Standardisierung insbesondere Signifikanzschwellen erhöhen, ohne das Schutzniveau insgesamt abzusenken. Ja, da geht's halt so ein bisschen darum zu sagen, naja, okay, man kann jetzt nicht jede, weiß nicht, Moräne oder so schützen. Ähm, oder beziehungsweise man muss diesen Ausgleich zwischen Artenschutz und, äh, Infrastruktur, die durch Klimaschutz notwendig ist, irgendwie in Einklag bringen. So. Ich muss noch einen kurzen Nachtrag liefern. Ja. Zum Benazil. Ich hab mal nachgelesen, weil ich jetzt den neuesten Stand auch gar nicht mehr kannte. Es ist aber tatsächlich so, dass die Straße wohl wieder geöffnet ist. Ah. Ähm, man hat nachträglich die illegale Straße legalisiert durch einen Bebauungsplan. Sehr gut. Dazu musste man aber teilweise, das ging dann, also das gab halt keinen, der hat man einfach so durchgebaut. Und, äh, dazu brauchte man aber, äh, teilweise Ländereien von Anliegern. Und, ähm, da gab's dann keine Einigung und irgendwie Gerichtsverfahren, ich glaube wegen Enteignung und so, das hat alles ewig gedauert. Man hat sich jetzt geeinigt und oftmals ist die Straße wieder offen. Bin ich aber ewig nicht gefahren. Ich werde da die Tage mal langfahren. Und konnte mal gucken. Ich werde mal Anycast-Patrouille, werde ich mir mal anschauen und dann werde ich davon berichten in, über unseren Telegram-Kanal t.me slash Anycast-Official. Da gibt's auch immer noch unseren wunderbaren Anycast-Tütensuppen-Adventskalender zu hören. Ja. Also, Infrastruktur zusammengefasst in groß, jetzt wieder möglich, obwohl es Deutschland ist. Ja, also vor allem, also hier, zur Erreichung der Klimaziele liegt die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung und zum Transport von Strom aus erneuerbaren Energien sowie der Ausbau elektrifizierter Bahntrassen im öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Diese werden wir gesetzlich festschreiben und für solche Projekte unter gewissen Voraussetzungen eine Regelvermutung für das Vorliegen einer Ausnahmevoraussetzung des, äh, der Ausnahmevoraussetzungen des Bundesnaturschutzgesetzes schaffen. Heißt, für Ökostrom und, äh, elektrische Bahntrassen gilt im Zweifel Vorrang. Oder? Super. Das ist wichtig, so. Damit auch irgendwann zwischen Esens und Wilhelmshaven keine Dieselloks mehr fahren müssen. Richtig. Weil das hilft der Natur auch nicht, so. Ähm, und das ist allein einfach so gut, ähm, dass, äh, ich mich da sehr drauf freue, wenn das so genau so kommt. So. Wer weiß. Aber das ist so, dass, da, 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 deswegen bin ich nicht so kritisch gegenüber diesem Koalitionsvertrag insgesamt eingestellt, weil es gibt da so ein paar Details, okay, bitte geht das an und wenn wir das haben, dann ist, wird vieles grundsätzlich besser. So. Muss nur kommen. Ich bin, äh, ich bin auch dafür. Ja. Ich finde Sachen bauen eigentlich grundsätzlich, also, ja, finde ich gut, weil, also, Fortschritt kommt immer dann auch tatsächlich, wenn man Sachen irgendwie neu macht. Ja. Und Sachen neu bauen heißt ja nicht nur immer, man baut Sachen dazu, sondern manchmal baut man ja auch Sachen und kann dann andere nicht mehr benutzen oder anders benutzen oder so. So wie so ein, also, Klassiker ist ja immer, ich baue ein neues Kohlekraftwerk, das ist natürlich schrecklich, aber wenn ich da für sechs alte abschalte, ist vielleicht doch nicht so doof. Das passiert in der Realität leider zu selten, deshalb ist das, das Beispiel hinkt ein bisschen, aber der Gedanke ist ja schon, äh, ist ja schon nicht verkehrt. Und so ist natürlich auch bei Bahntrassen, die irgendwie elektrifiziert werden oder so. Da fährt dann eben die Diesellok nicht mehr. Richtig. Das war's aber zu diesem Bereich. Mehr hatte ich, also, alles andere ist halt so der klassische Verwaltung, digitalisieren, Kindergeld online, you name it. Kindergeld online ist tatsächlich nicht schlecht. Ja. Aber da muss man nämlich, da muss man nämlich hin und dann weiß man gar nicht, dann gibt man da irgendwie, gibt da den Zettel ab und sagt, ja, schönen Dank. Und dann guckt man irgendwie in so eine Röhre und dann denkt man sich auch, warum bin ich jetzt aber hergefahren und ist generell noch verwirrt, weil man gerade irgendwie noch so die Geburtsabkunde aus dem Standesamt gefischt hat, was in Berlin nicht so einfach ist. Sag ich dir ganz ehrlich. Aber gut. Ja, ich überlege gerade, ich hab's mir nicht aufgeschrieben, aber ich hab diesen Satz gefunden. Ich guck mal gerade, ob der in dem ersten Teil schon war. Ich glaube, der kommt später erst. Und zwar, gerade auch Kindergeld online und die ganze Sachen mit Anträgen und wer kriegt welche Finanzleistungen. Was ein der entscheidendsten, finde ich, Aussätze ist, ich weiß nicht, wo es hinkommt, aber ich hab's auch in meinen Notizenleid nicht aufgeschrieben, ist und zwar, die Ampel möchte eine einheitliche Definition des Wortes Einnahmen aufschreiben. Und das ist echt ein Drama, weil du hast, wenn du StGB II, Vulgo, Hartz IV beantragst, werden andere Dinge als Einnahmen gezählt, wenn du zum Beispiel Wohngeld beantragst. Das sind wieder andere Einnahmen oder BAföG oder sonst was. Bedeutet, dass jede Behörde eine neue Prüfung vornehmen muss. So. Und so Sachen halt. Es wird ja immer gerne, gerade im Kontext von Kindergeld wird da ein bisschen drauf geschielt, wie das Dänemark macht, wo du quasi nur einmal quasi dein Kind anmeldest oder die Goalsukunde holst und ab dann läuft alles automatisch. Du kriegst Kindergeld, du kriegst die... In Deutschland ist es ja eher so, du läufst zum Standesamt. Ja, aber da ist halt auch ein bisschen transparenter, weil ja auch Steuerdaten und sowas alle öffentlich sind und generell jeder weiß, wer wie viel, vor allem die Behörden wissen, wie viel du verdienst. Und dann kann ja auch so Sachen wie Kinderzuschlag oder so, kann ja auch viel einfacher dann ausbezahlt werden. Aber das ist halt, das ist auch wieder so ein Satz, der ist halt so ein Detail, aber wenn das kommt, das macht so viel. Weil das ist echt ein unverständliches Drama, warum, einfach auch aus der Systematik, wie diese Gesetze geschrieben werden, weil halt StGB II und Wohngeld ist irgendwo ein StGB... SGB, nicht StGB, ist das Strafgesetzbuch. Doch so. SGB ist Sozialgesetzbuch, StGB ist Strafgesetzbuch. Ja, 200 V Sozialgesetzbuch. Sind wir noch nicht. Hunger Games, endlich, endlich. Linksgelb führt Hunger Games ein. Geil. So, jetzt aber hier. Klimaschutz in einer ökologisch-sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Ja, da merkt man den zweiten, also da merkt man den ersten und den zweiten. Einerseits gibt es eine nationale Moorschutzstrategie, was wichtig ist, weil unsere Moore sind große CO2-Speicher. Ja, bin ich auch sehr dafür. Moore sind gut. So. Wer in Ostfriesland ist, kann übrigens auch den größten Hochmusee Deutschlands bewundern, in Eversmeer, das ewige Meer. Ach, wirklich? Nee, noch nicht. Ach, da. Hast du was verpasst. Und dann der zweite Teil, der Marktwirtschaftsteil, und zwar steht dann so Sätze drin, wie, wir nehmen chemisches Recycling im Verpackungsgesetz als Recycling-Option auf. Chemisches Recycling? Was heißt das? Was ist chemisches Recycling? Das klingt für mich, klingt das nach, nach, ein bisschen, nach. Was ist denn normales Recycling? Mafia und Etzkalk, Löschkalk. Ja, was ist denn normales Recycling? Also normales Recycling bedeutet, ich habe Papier, das schreddere ich, und dann mache ich da Pampe draus, das mache ich dann sauber und bleiche es nochmal mit Chlor, und dann quetsche ich das zusammen in neue Bögen und trockne das und habe wieder Papier. Genau, du hast quasi das Erhalten, so. Den Grundstoff, oder Teile des Grundstoffes zumindest. Du hast kein Downcycling, also du hast quasi, der Klassiker ist zum Beispiel so Mischplastik-Zeug, das kannst du nur, weiß ich nicht, so so Möbel für Autobahnraststätten machen, die sind dann so dunkelbraun, das ist so Restplastik, das zusammengepresst wird, das ist so Downcycling. Oder Klassiker sind auch PET-Flaschen, wenn du die nicht zu neuen PET-Flaschen machst, sondern zu Lappen oder so, das ist Downcycling. Upcycling ist natürlich in die andere Richtung, du machst aus einem Unserumspiel was Besseres, aber nicht relevant. Du nimmst aus alten LKW planen Taschen und verkaufst sie in Mitte für 350 Euro das Stück. Das ist Upcycling. Und Recycling sitzt halt in dem Zweck raus, dass du versuchst, mit dem geringsten Energieaufwand den Rohstoff wiederzuverwenden und zu erhalten. Und es gibt Stoffe, die sind dafür sehr gut geeignet, so Metalle zum Beispiel, Glas, Papier. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt Plastik. Das Problem mit Plastik ist, es gibt nicht Plastik, sondern es gibt 30 Millionen Arten. Und das Schlimmste ist Verbundstoffe. Du hast zwar eine Plastikflasche in der Hand, aber in Wahrheit besteht die zum Beispiel aus drei Sorten Plastik. So zum Beispiel so eine Verpackung für Hackfleisch. Da ist einmal diese harte Plastikschale, drinnen ist noch eine Folie und dann ist das nochmal foliert oben. Drei Sorten Plastik, untrennbar vereint. Das Ding kann nur... Weil die mit Hitze zusammengeschmolzen werden. Richtig. Das Ding kann nur in die Verbrennung. Kein Recycling möglich. PET-Flaschen geht schon mal besser. Das funktioniert auch, aber... Und chemisches Recycling ist kein chemisches Recycling, sondern man macht mit hohem Energieaufwand bricht man dieses Plastik wieder in so Grundstoff zusammen, in so eine Art Rohöl oder so ein Basisöl und macht daraus neues Plastik. Dabei geht eine Menge verloren, du verbrennst sehr viel Energie und es ist halt so auch... Verbrennen wäre besser. Da hast du wenigstens Energie bei der Sohnbar. Aber die Energie kann man ja theoretisch grün erzeugen. Ja, wenn wir die hätten, oder? Ja, wenn wir die hätten. Nee, ich meine... Oder dann gibt es noch einen Pferdefuß. Braucht man dafür noch irgendwelche, sag mal, Stoffe, die man nur primär abgebaut bekommt irgendwo? Nee, nicht. Aber dummerweise hilft ja ein Großteil unserer Stroms immer noch aus nicht erneuerbaren Quellen und zwar aus Kohle oder Gas. Das heißt, du verwendest wiederum endende Materialien, um sehr viel Energie in Plastik reinzupumpen, um daraus... Und das funktioniert nicht, weil anstatt, was man halt machen könnte, wäre... Da sind wir wieder beim Punkt, was sinnvoller wäre, wäre zum Beispiel Einheitsverpackungen, die... Aber Dennis, das klingt nach Kommunismus. Ja! Na, ist es nicht, aber es ist halt... Wir hatten das schon mal alle. Wir hatten zum Beispiel mal ein Gesetz, wo drinsteht, dass eine scheiß Tafel Schokolade 100 Gramm sind. Ja, genau. So. Also hatten wir ja... Und sie ist in Alufolie einzuwickeln und darum gibt es Papier. Richtig. So. Trennbar zum Beispiel. Das wäre auch so, das kannst du ja festlegen. Und dann sagen so, nee, zum Beispiel Putzmittel kommen nur in weißen Flaschen. Punkt. Keine bunten, keine verklebten. Das Label muss irgendwie draufgeklebt sein mit Papier. Aber wo ist denn da der Spaß beim Putzen, Dennis? Ja. Und die... Wo bleibt denn der Spaß beim Putzen, Dennis? Ja, und die Industrie... Wo bleibt denn der Spaß, habe ich dich gefragt, Dennis. Was soll Ulf Poscher denn jetzt tun? Und da fehlt der Industrie auch ihre Verkaufsanreize durch bunte Verpackungen und so Gedöns. Aber die Wahrheit wäre in Wahrheit tatsächlich, unsere Verpackungen so zu machen, dass sie recycelbar werden. Und das funktioniert ja auch schon teilweise. Wir haben ja... Du siehst ja immer mal mehr, so um Plastikdinger kommen so Pappdinger, die kannst du abziehen und du kannst es auftrennen. Das geht alles. Und sobald man aber dieses chemische Recycling da reinpackt, fehlt ja den Firmen das Incentive, in nachhaltige Packungen zu investieren, sondern sie können ja ihre bessere Verpackung weiter benutzen, das einfach in so einen großen Topf werfen und dann kümmert sich halt jemand anders drum und versucht dann noch irgendwas rauszuholen. Aber sag mal, Dennis, wen hat die FDP... Also wer hat die FDP bestochen? Die Industrie an sich einfach komplett. Davon profitieren alle in der Industrie. Vor allem in der Verpackungsindustrie. Verpackungsindustrie, das ist auch so ein Wort. Ja, ja. Steh mal vor, du arbeitest da irgendwie im Sales. Oder noch schlimmer. Aftersales in der Verpackungsindustrie. Ja, aber die Lösung... Mein Karton klemmt, Herr Mayer. Ja. Ziehen Sie die Lasche nochmal. Ah ja, danke, tschüss. Ja, aber es ist halt... Stand einfach mit Pfand-Systemen oder Incentives. Incentives. Pfand? Das ist doch Kommunismus. Anreize. Ich rede ja schon wieder wie so ein FDPler. Incentives. Ja, aber Pfand ist doch wirklich Kommunismus. Das Lustigste ist, wir sind jetzt bei fast 50 Minuten. Ich bin erst bei meinem dritten Spiegelstrich. Ja, das geht so nicht. Vielleicht splitten wir auch auf. Machen gleich irgendwann Schluss. Ähm, weiter. Also, was viel mehr wichtiger ist. Also, das ist jetzt der Bereich. Und zwar, in diesem Bereich gibt es auch noch den Punkt Mobilität. Ja. Den finde ich auch spannend. Mobilität ist, dass es mit vorwärts und rückwärts, aber auch nach links und nach rechts. Und nach oben und nach unten. Genau. Und da passiert eine Menge. Und da habe ich dann besser aufgepasst zum Beispiel. Da merkt man halt, wo mein Fokus ist. Und zwar das erste. Sofern haushalterisch machbar. Das ist wieder so Haushaltsvorbehalt. Aber hä? Haushalterisch. Die Betonung ist auf der dritten Silbe. Haushalterisch machbar soll die Nutzung der Schiene günstiger werden. Um die Wettbewerbsfähigkeit der Bahnen zu stärken. Der letzte Teil ist halt hier auf der Pebla. Aber aktuell ist es so, dass die Schiene gegenüber der Straße benachteiligt ist. Und zwar, die Lkw-Maut deckt ja weder Neubau noch den Erhalt. Sondern ist nur ein Beitrag dazu. Die Schienenmaut hingegen, also Trassengebühren, müssen einerseits die kompletten Betriebskosten, also quasi, was es jetzt kosten würde, diese Strecke zu benutzen. Also quasi der Mensch, der irgendwie die Signale setzt und die Fahrweg freigibt. Und die bisschen Abnutzung. Und der Strom dafür und so. Das ist das. Und muss noch einen Beitrag zum quasi Erhalt liefern. Das heißt, das System muss selbstfinanzierend sein. Größtenteils in der Wartung und im Unterhalt. Nur Neubau wird auf Steuermittel finanziert. Das ist ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Weil das sehr hohe Trassengebühren macht. Und es gibt sehr lange schon die Forderung, dass die Trassengebühren auf Grenzkosten gesenkt werden sollten. Und Grenzkosten heißt, was würde es jetzt wirklich kosten, diese Strecke in Betrieb zu halten? Oder in Betrieb zu nehmen, damit jetzt dieser eine Zug fahren kann? Das ist der Strom für die Signale, die Menschen, die da jetzt die Signale setzen müssen und sowas. Das ist ein kleiner Teil. Und quasi Wartung und Unterhalt und Ausbau aus einem Topf aus den Steuern zu finanzieren. Die man natürlich den Leuten, die das Unternehmen wieder abnehmen kann. Also wenn quasi eine Bahn ordentlich hier Güter transportiert, dann werden die auch ordentlich Steuern zahlen. Und aus diesem kann man dann wiederum das Ganze finanzieren. Aber man gibt denen quasi erst mal das Incentive, ich hasse mich, den Anreiz zu sagen, oh, die Schiene ist ja auf der Langfristigkeit ja deutlich billiger als ein LKW, weil weniger Fahrerinnen, du kannst mehr Güter auf einmal transportieren und so gedöhnt. Deswegen wechseln wir jetzt mal. Das muss kommen, weil das einfach sonst unfair ist. Und einerseits, und das ist das nächste Ding, es setzt der DB Netz AG falsche Anreize. Weil sie muss ja Wartung und Erhalt der Infrastruktur aus Eigenmitteln finanzieren. Ja. Aber Neubauschalter start. Also, was machst du denn, wenn du jetzt quasi nur eine begrenzte Summe hast? Naja, du machst Triage de facto. Also, du guckst was hin. Und vielleicht lässt du ja was absichtlich, das heißt verrotten, aber investierst nicht so viel mit der Folge, dass vielleicht ein Neubau sinnvoller sein könnte, so in 5, 10, 15 Jahren. Und das musst du ja nicht mehr bezahlen. Hm, ich verstehe. Das ist das Problem. Man muss tatsächlich, das ist eines der großen Probleme unserer Netzinfrastruktur ist, dass wir einfach, das System einfach falsch aufgesetzt ist. Das ist einfach einem privatwirtschaftlichen Unternehmen, das nochmal DB Netz AG ist, die falschen Anreize gibt, da zu sparen. Oder wie du sagen würdest, Incentives. Incentives. Denn es ist eine Frage, also Klimaschutz und so, das streichen wir alles, wir gehen gleich weiter. Aber eine Frage, wo wir gerade bei Mobilität und Bahn sind, es gab ja Diskussionen und auch Demonstrationen, dazu, denn FDP und Grüne, so schien es zumindest, hatten sich darauf verständigt, den DB-Konzern zerschlagen zu wollen. Ja. Und es gab es diese Idee. Zerschlagen ist, ich glaube, das Framing der EVG. Was dann der Deutsche Gewerkschaftsbund verhindert hat. Ja, die SPD hat ja keine eigene Verkehrspolitik, auch keine Bahnexpertinnen, also die hat die SPD schon nie interessiert. Aber Karl Lauterbach fährt doch häufig von. Ja, die SPD, jedes Mal, wenn es relevant wird, fragt sie bei der EVG nach, was sollen wir denn tun? Und die EVG, mach das mal bitte. Und die SPD, naja, gut, machen wir. So. Ja, im Ernst. Und die EVG, ich habe grundsätzlich Probleme mit der EVG, aber in der Konsequenz, der integrierte Konzern ist schwierig. Und da kann man lange diskutieren. Und Grüne und FDP haben andere Ideen. Und ich neige denen zuzustimmen. Und zwar zu sagen, naja, aktuell gehört das Netz einer Aktiengesellschaft, die einer Aktiengesellschaft gehört, die wiederum im Staatsbesitz ist. Wie funktioniert jetzt gerade Infrastrukturausbau? Naja, es gibt so Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen. LUV, wir sind aktuell bei LUV 3, wo der Staat quasi einen Vertrag, privatrechtlichen Vertrag hat mit der DB Netz AG, in der steht so, das solltet ihr tun, das solltet ihr tun, das solltet ihr tun, das solltet ihr tun und dafür gibt es folgendes Geld. Außerdem läuft die DB Netz AG rum und sucht sich überall noch Geldquellen. Mit Ländern, Kommunen und versucht irgendwo immer irgendwie ein bisschen eine Asche zu holen für die Projekte, die der Politik wichtig sind. Oder andersrum, jedes Mal, wenn die Politik sagt, ah, wir bräuchten da vielleicht da mal eine Strecke oder da einen neuen Bahnhof oder da sagt die DB Netz AG, ja Kohle her. Und was dann die DB Netz AG mit dieser Kohle macht, ist sowohl für den Haushaltsgesetzgeber, wohlge Bundestag, nicht so richtig transparent, weil Geheimhaltung, Unternehmen, geht weg bitte, das machen wir hier nicht so. Und einerseits ist auch so direkte Steuerung nicht so richtig drin, weil die DB Netz AG ist halt ein privatrechtliches Unternehmen mit Gewinnabzielungs, Gewinnabzielungs, nee, Gewinnab, Gewinnerzielungsabsicht, Uwax. Vor allem noch durchgestärkt, indem halt irgendwann mal die Union auf die dreiste Idee kam, der Bahnkonzentrum wird jedes Jahr bitte 500 Millionen Euro Dividende abwerfen. Aber das war doch zu Zeiten der Behördenbahn besser, oder nicht? Nee, nee, war's nicht. Da hatte man eine Haushaltsabteilung bei der DB und da saßen Haushälter rum und die haben in die Haushaltstitel geschaut und gesehen, was steht denn da drin, was kann ich denn ausgeben, wie viel Geld haben wir denn noch für die Schiene und haben einen Großteil der Stecken stillgelegt. Ja, aber da hatte man zumindest die komplette Kontrolle. Das stimmt, das stimmt. Nee, es ist halt fragwürdig, warum wir unsere Infrastruktur, die wir in anderen Bereichen, also ich spreche gerade als Bund, also der Bund baut Infrastruktur in drei Bereichen selber, und zwar Wasser, Straße und Schiene. Oder hat quasi dort die Macht. So, Wasser baut eine schöne Verwaltung mit Verwaltungsbau. Also du hast eine Oberbehörde, du hast eine Unterbehörde, also du hast quasi die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, dann gibt es die nochmal eins drunter und es ist so schön, hierarchischer Aufbau. Freude für alle. Ist gar nicht mal so, wirkt gar nicht mal so schlecht, was sie da machen. Dann haben wir die Methode zwei. Jetzt, wir haben eine Autobahn GmbH. Immerhin eine GmbH. Heißt die nicht Agentur, haben sie die nicht Agentur genannt? Nee, die heißt Autobahn GmbH. Also es ist jetzt Autobahn.de, glaube ich, ne? Ja. Das ist schon mal nicht so, also es ist einerseits auch so ein bisschen fragwürdig, aber einerseits ist es eine GmbH, du kannst ja mit einem Gewinn- und Herrschaftsab, ne, Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag, ja, einfach der GmbH sagen so, mach bitte das, das und das. Kann man ja auch als GmbH organisieren. Bei der DB Netz AG ist es ja ein bisschen anders. Da müsstest du erstmal einen, also du müsstest erstmal ja einen Beschluss der Hauptversammlung bei der Deutschen Bahn AG erzwingen, die wiederum bei der Hauptversammlung der DB Netz AG einen Beschluss ermöglicht, die das dann wiederum, das Unternehmen dann zwingt, das Dinge zu tun. Funktioniert nicht. Und jetzt, was sich die Grünen und FDP gewünscht haben, war quasi, diesen Infrastrukturbereich da rauszunehmen und direkt an den Bund zu geben. Und zwar FDP und Grüne sagen beides als Art, entweder, also als Sondervermögen oder als Anstalt. Also quasi öffentliches Infrastruktur. Also so wie ein Schwimmbad. Richtig. Also öffentliche Infrastruktur als öffentliche Struktur. Punkt. Da sind, ich wollte AfD sagen, sorry, das ist total falsch. EFE. EVG dagegen. Weil das diesen Konzern quasi auflöst. Und das wäre dann der Anfang vom Ende. Weil dann würdest du gleich in der Frühstelle sagen, naja, was ist denn eigentlich mit diesen ganzen Auslandsbeteiligungen? Ja, die packen wir mal direkt in so eine Bad Bank und die verhögern wir bei nächster Gelegenheit. Am Ende bleibt dann nur noch übrig DB Fernverkehr und DB Regio. Und dabei DB Regio sieht es auch schon ein bisschen schlechter aus, weil die ganzen Bundesländer anfangen, ihre eigenen EVUs aufzubauen. Also, die Bundesländer kaufen jetzt schon, ja schon seit 15 Jahren eigene Schienenfahrzeuge. Und sie merken so langsam, ah, das mit dem, also die ganzen privaten Unternehmen, inklusive DB Regio, die kalkulieren ja ihren Personalschlüssel sehr, sehr dünn und da muss ja nur ein oder zwei krank werden und schon bricht mir hier der Verkehr zusammen. Sollten wir vielleicht doch lieber besser machen, selber machen, anstatt denen irgendwie da irgendwie zehn oder fünf Prozent Gewinn zuzug, machen wir es mal selber. So, Baden-Württemberg hat jetzt einen Lokführerinnenpool aufgebaut. Ach, echt? Ja, das fängt an. Die bauen und gründen jetzt eigene EVUs. Wir werden jetzt eine Phase erleben, wo die Bundesländer Regionalverkehre anfangen, immer mehr selber zu fahren. Und damit ist schon DB Regio infrage gestellt, weil DB Regio besteht einfach aus die gewinnenden Ausschreibungen der Bundesländer. Die haben keine eigenen Verkehre mehr. Das Einzige, was sie selber gefahren haben, war dieser Interregio Express Berlin-Hamburg und den haben sie eingestellt. DB Regio lebt von den Ausschreibungen. Und dann bleibt am Ende noch DB Fernverkehr übrig. Und da hat die EVG nicht so viel Mehrheit am Ende. Und da merkst du halt, wo das Ganze am Ende herkommt. Nur hat sich jetzt die SPD in diesem Punkt durchgesetzt, weil der SPD nicht so viel wichtig ist. Die hat ja irgendwie nur Mindestlohn und das hier durchsetzen können insgesamt. Bleibt die DB Netz, sorry, die Deutsche Bahn als integrierte Konzerne erhalten. Aber zumindest ein Punkt, der Anfang ist, die Infrastruktureinheiten, DB Netz, DB Station und Service und DB Energie kommen in eine Gesellschaft. Weil das sind bisher getrennte Gesellschaften, die nicht miteinander verbunden sind, die nur durch einen gemeinsamen Eigentümer verbunden sind. Das heißt, das ist der Klassiker. Du hast einen kleinen Bahnhof und oben auf diesem Türmchen sitzt der Fahrdienstleiter oder die Fahrdienstleiterin. Die weiß, da ist eine Weiße kaputt, der Zug wird jetzt erstmal nicht kommen. Da könnte sie jetzt oder die Person das Fenster aufmachen und die Reisenden unten mal kurz im Dienstweg informieren oder einfach die Ansage machen. Darf sie nicht, weil das ist ja die Aufgabe von Station und Service. Und die beiden Unternehmen sind nur durch einen gemeinsamen Eigentümer, aber sonst nicht miteinander verbunden. Das heißt, auch nicht mal, also auch, meinst du nur rechtlich oder auch tatsächlich nicht verbunden? Tatsächlich auch nicht verbunden. Ne, was passiert ist, also die haben nicht mal sozusagen so ein gemeinsames IT-Backend, auf das sie zugreifen. Doch, es gibt halt dieses Riss. Und das heißt, die Fahrdienstleiterin oder der Fahrdienstleiter muss in dieses Riss das reinkippen, das Reiseinformationssystem und dann bekommt irgendwann das Ansagezentrum, das sonst wo ist, also nicht an diesem Bahnhof, das mit und macht dann vielleicht eine automatische Durchsage oder eine manuelle. oder auch nicht. Es liegt in der Entscheidung von Station und Service. Das hängt auch dazu ab, was denn die EVUs denn so gebucht haben bei Station und Service. Der Informationsgrad. Das kann man ja auch buchen, da kann man auch Geld sparen. Du merkst... Was? Wie war denn der Informationsgrad? Das heißt, du willst mir also gerade sagen, dass wenn an diesen kleinen, ja, Bahnhöfe sind es ja nicht, sondern Halte, wer ist das noch? Haltepunkte, glaube ich. Ja, Haltepunkte. Die sind die kleinsten ihrer Art, wo dann keine richtigen Displays hängen, sondern nur diese, ja, mit diese ganz kleinen LED-Anzeigen, wo es so die Laufschrift durchjuckelt. Das ist, die aktuellen Informationen darauf sind günstiger, als wenn irgendjemand irgendwo was durch den Horn trötet und das möglicherweise auf eine große Anzeige schaltet. Ja, vor allem, weil diese LED-Anzeiger, die hat Station und Service auch nicht selber bezahlt, sondern die haben sich schön fördern lassen. Sonst hätte Station und Service gesagt, so, nö, Reisen-Informationen, nö, brauchen wir nicht auf diesen kleinen Haltepunkten. Ist nicht wichtig. Jedes Mal, wenn quasi eine EVU irgendwas haben möchte von Station und Service, macht Station und Service die Hand auf. Da gibt es ja alles Entgelte. Und das fängt wirklich dann an, dass irgendwie Fahrpläne ausgehängt werden. Wer hat sich die Scheiße eigentlich ausgedacht, Dennis? Bahnreform 1 und 2. Grüße an die CDU und SPD in den frühen 90er Jahren. Aber wie kommt man auf sowas? Das ist doch absurd. Das ist doch völlig Kafka-esk. Das nennt sich integrierter Konzern am Ende. Dass man sich halt gegenseitig testet. Aber das sind doch alles Sachen. Ich komme jetzt nochmal zurück. Bei der Behördenbahn war auch nicht alles toll, aber bei der Behördenbahn war das ja zumindest alles irgendwie zusammen unter einem Dach, ohne so künstlich eingezogene Trennmauern. Die Trennmauern. Ja. Und vor allem diese Trennmauern sind auch willkürlich gezogen. Die sind keine rechtliche Erfordernis. Es gibt eine rechtliche Erfordernis, dass quasi alles, was Infrastruktur ist, vom Rest getrennt ist. Und da ist die Bahn so ein bisschen, oh, müssen wir das machen? Oh, das wollen wir aber nicht. Oh, mh, mh. Aber dann haben wir ja keinen Zugriff auf dieses Geld und das Vermögen und überhaupt. Aber da plötzlich, ja, Station und Service und DB Netz, nee, bitte so weit auseinander wie möglich. So. Das ist absurd. Das kommt aber jetzt unter einer Hand. So. Das macht es besser. Wenigstens etwas. Lass uns mal, also ihr merkt jetzt schon, Naturschutz und den ganzen Quatsch, das blenden wir jetzt total aus. Das ist uns egal. Klimaschutz interessiert uns auch nicht. Außerdem, wie eine langfristige Strategie für autonomes und vernetztes Fahren kommt. Ja, ja, gut. Ich wollte eigentlich noch auf was anderes hinaus, was wir hier, glaube ich, besser anschließen können. Jetzt müssen wir ein bisschen springen leider und können nicht so durchgehen. Nämlich auf Zukunftsinvestitionen und nachhaltige Finanzen, da kommt der Bahn ja auch eine besondere Rolle zu, ne? Genau. Denn Teile des Vermögens muss die DB ja schon abgeben. Richtig. Bestehende staatliche Gesellschaften wie die DB AG, Deutsche Bahn AG, Infrastrukturbereich oder die BIMA werden wir stärken und ihre Finanzierungsmöglichkeiten verbessern. Dafür können von Fall zu Fall Instrumente wie Kreditermächtigung und Eigenkapitalstärkung genutzt werden. Und hast du den Teil, wo das Vermögen von DB Netz auf die BIMA geht? Hast du das auch noch irgendwo? Nee, habe ich jetzt gerade nicht. Wir setzen im Rahmen des Bündnisses die Arbeit der Baukostensenkung. Okay, also stopp, stopp. Der zweite Satz. Wir gliedern die nicht bahnnotwendigen Immobilien des Bundeseisenbahnvermögens in die Bundesanstalt für Immobilien Aufgaben-BIMA ein und richten die BIMA auf unsere Bau-, Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitischen und ökologischen Ziele aus. Wir werden die BIMA, wir werden der BIMA mehr Freiheiten verschaffen und ihr die Aufnahme von Krediten ermöglichen. Die BIMA soll künftig selbst investieren und bauen, sowie weiterhin kommunales Bauen unterstützen können. Dazu wollen wir die Verantwortung und für Planung, Bau und Betrieb der Bundesbauten und Bundesliegenschaften bei der BIMA konzentrieren. Geil. Schattenhaushalt. Erstmal kurz, was ist das denn überhaupt? Die BIMA ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die BIMA sorgt für Neubau, aber auch Erhalt von Bundesimmobilien. Die haben auch in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel von Bundesimmobilien verkauft. Meist bietend mussten sie. Den ganzen Schnulli, darum haben die sich gekümmert und jetzt kriegen die eine ganz neue Aufgabe, denn die BIMA ist ein prima Teil, hat man jetzt gemerkt, mit der kann man auch gestalten. Nicht nur, was die BIMA auch gemacht hat, ist zum Beispiel für Bundesbeschäftigte Wohnungen gebaut überall in ganz Deutschland, wo die dann sozusagen Wohnungen mieten konnten. Und da gab es immer so eine Öffnungsklausel, wenn die nicht alle belegt sind, dann kann auch Kreti und Pleti da einziehen. Jetzt sagt man sich, wozu brauchen denn Beschäftigte von Bundesbehörden Wohnungen? Naja, die sind ja quer durch Deutschland auch theoretisch versetzbar. Und manchmal muss man da Leute irgendwo hinschicken und muss denen dann erstmal eine Wohnung geben für eine gewisse Zeit oder aber günstigen Wohnraum verschaffen und was ist mit den ganzen Leuten, die irgendwo in Ausbildung hingehen? Gleichwertige Lebensverhältnisse, natürlich sollen die Behörden ja auch über Deutschland verteilt sein. Und was ist denn zum Beispiel jetzt mit, und das ist tatsächlich ein sehr großes Problem, gerade von Flächenverwaltungen, die Leute ausbilden wollen oder müssen, wie zum Beispiel die Bundespolizei oder die Zollverwaltung. Da kommen Leute hin, das sind dann irgendwie Beamtenanwärter, die verdienen so ein paar Groschen, also im Vergleich zu anderen Ausbildungen natürlich sehr, sehr viel, aber dennoch damit mit dem Gehalt sich selber in einer Großstadt wie Berlin oder München eine eigene Wohnung zu finanzieren, kaum machbar, es sei denn, man isst nur noch Toastbrot. Dafür ist die BIMA ursprünglich mal da gewesen. Die haben sehr, sehr viele Bestände verkauft, haben auch nicht mehr so viele Wohnungen, aber man hat jetzt erkannt, hier ist ein Schlüssel, auch die Wohnungsnot zu verringern. Wir geben der BIMA einfach Geld, die soll selber bauen und dann löst sich auch das Problem möglicherweise hintenrum, dass wir Probleme in der Nachwuchsfindung haben, weil wir sagen können, komm einfach zu uns, wenn du keine Bude findest, wir verschaffen dir eine, so wie man das in den 70er Jahren auch schon mal gemacht hat, im großen Stil. So, das ist der politische Aspekt. Jetzt hast du gerade gesagt, Schattenhaushalt, also die Frage stellt sich ja, warum kriegen die so viel Eigentum übertragen und der Punkt ist, das kriegen die, um Eigenkapital zu haben, denn wir wissen ja, nur wer Geld hat, kann sich auch Geld leihen. Beziehungsweise in diesem Fall, wer Vermögen hat, der ist kreditwürdig genug, um sich Geld am Kapitalmarkt zu besorgen. Aber Dennis, warum? Warum sollte die BIMA sich Geld am Kapitalmarkt besorgen? Damit sie bauen kann, ganz viel? Wie, die kann doch bauen, dann kriegt die einfach ein bisschen mehr Geld in der nächsten Haushaltsrunde. Ja, es gibt kein Geld im Haushalt, sie haben schon ein Bremser. Ach so. Wie heißt das BIMA Verschuldungsvertrag? Ab 2023 werden wir die Verschuldung auf den verfassungsrechtlich von der Schuldenbremse vorgegebenen Spielraum beschränken und die Vorgaben der Schuldenbremse einhalten. Nein, scheiße. Ja. Das ist ja ärgerlich. Aber, Moment. Verfassungsrechtlich von der Schuldenbremse vorgegebenen Spielraum. Ja. Hm. Schattenhaushalt. Ja, Dennis, du wirst doch sicherlich meinen, dass es auch eine strukturelle Neuverschuldung im Rahmen dieser berühmten 0,35% gemessen am Bruttoinlandsprodukt geben darf. Das ist doch sicher, das ist doch sicherlich der verfassungsrechtliche Spielraum, den du meinst. Auch, aber es gibt ja mehr. Wie, da gibt es noch mehr? Es gibt da einen sehr schönen Satz, man hat ja de facto ja kein, man nimmt ja quasi Geld auf dem Kapitalmarkt auf, konvertiert das zu Beton. Ja. Dann hat man immer noch Vermögen. Ja. Das kann man ja auch wieder, also da ist einfach am Ende eine Null, finde ich. Also nee, es funktioniert, also das Prinzip ist am Ende tatsächlich, dass du das nicht für so Scheiß ausgibst, weiß ich nicht, für hier Kindergeld, Hartz IV oder so, das ist ja Foubert, das ist auch von der Schuldenbremse nicht erlaubt, aber alles, was du so quasi zu Vermögen machst wieder, also quasi umkonvenziert, das ist sauber, das kann man machen so. So, und dann lässt man das einfach in dem Fall die BIMA machen, da ist das Interessante, da muss man denen nicht mal Haushaltsmittel hinzuweisen, die nehmen einfach ihr eigenes Geld auf. Das Ding hat einen Haken, denn die Konditionen, die die BIMA am Kapitalmarkt vorfindet, sind andere, als wenn der Bund Geld aufnimmt und da kann man mal, wenn das interessiert, oh nein, ach scheiße, das wollte ich gar nicht eröffnen. Da ging letztens auf Twitter rum, ich schicke dir den Link später mal für die Shownotes, Dennis, von der, ich weiß gar nicht, ist sie überhaupt gewählt worden? Muss ich jetzt mal kurz gucken. Ich rede von Philippa Siegel-Glöckner. Ja. Ist glaube ich nicht im Bundestag gekommen. Oder? Doch. Na, egal. Die war jedenfalls, glaube ich, persönliche Referentin von Schmidt oder so? Ja. Staatssekretär, also jetzt Bundeskanzleramt. Oder? Doch, ich glaube von Schmidt. Als der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium war und die hat auch so ein Dezernat Z nennt sie das. Die wollen die, das ist halt so ein Think Tank, der sich über um Finanzen dies, das kümmert. Ja. Eine neue Finanzpolitik für Würde, Wohlstand und Demokratie, so nennen die das, die ist halt komplett aus dieser Finanzbranche, wenn man so will, da war eigentlich viel im Ausland. Die Lage der Nation hat ein längeres Interview mit ihr veröffentlicht. Sie selber hat sich so ein bisschen innerhalb, sag ich mal, der Juso-Bubble hat sie sich ein bisschen unbeliebt gemacht, weil sie Kampf kandidiert hat gegen eine Juso-Kandidatin. Egal, bei der Aufstellung der Bundestagswahlisten. Spielt keine Rolle. Inhaltlich kann man aber bei der sehen, was der Unterschied wäre, das haben die nämlich mal ausgewertet, zwischen die BIMA nimmt Kohle auf und der Bund nimmt Kohle auf. Bei der BIMA war das, habe ich so in Erinnerung, ungefähr, ungefähr, ähm, ich meine, 1,8 Prozent oder so, oder 1,4 Prozent, ich weiß nicht so genau, zurückkleide mal raus, würden die bezahlen an Zinsen, wohingegen der Bund derzeit bei so zehn Jahresanleihen 0,35 Prozent geschenkt bekommt. Also, negativ. Also, wir zahlen, kriegen also, äh, ja, was ist das, 100 Millionen, ja, und zahlen irgendwie 350.000 Euro weniger zurück. So, glaube ich. Also, man kann's ja, man kann's ja gucken, es gibt ja zum Beispiel bei der Deutschen Bahn, es wird teurer, das wollte ich sagen, wenn man die BIMA das machen lässt, ist es teurer, als wenn man's gerade so aus dem Bundeshaushalt finanziert. Das sieht man auch bei der Deutschen Bahn, es gibt da eine Liste bei der Deutschen Bahn, in deren Investor Relations, äh, wo deren Unternehmensanleihen, also, so wie die DB, also die Deutsche Bahn, sich ihr Geld holt, da ist also von alles dabei, von irgendwie, äh, 0 Prozent Anleihen, bis tatsächlich welche, die bis zu 6 Prozent gehen, so. Also, die Bahn zahlt auch sehr viel an Zinsen tatsächlich für ihr Geld, so. Die, äh, dabei, tatsächlich würde die Deutsche Bahn ja eigentlich davon profitieren, dass sie de facto der Staat ist und der Staat würde die BIMA im Zweifel auch Notfall retten, so, und das steht ja auch in diesen, das siehst du auch in diesen Kreditratings der Deutschen Bahn, da steht halt drin so, also, einerseits ist der Konzern so richtig scheiße finanziert und deswegen müsste man den eigentlich jetzt so, so B- oder C-Rating geben, aber der Staat wird im Zweifel, äh, alles in die Hand nehmen, um diesen Verein zu retten, deswegen ist es jetzt ein AA. Ja, also, es ist schon so ein bisschen, ja, äh, alles so ein bisschen durch die Brust ins Auge, bei diesen ganzen Geschichten. Ich hab's gerade gefunden, es war nicht die BIMA, sondern es war die Deutsche Bahn und da sind's 1,8% der Zeit. Genau, ja. Genau, im Vergleich eben zu Bundesanleihen, die eben 0,35% geschenkt bekommen, der Bund. Also, das ist ein Preisschild, dass die Schuldenbremse, so formuliert sie das, hat. Das ist hier auch mit drin. Aber im Prinzip eine kluge Nummer, weil man die Verfassung nicht ändern muss. Ja. Denn auch wenn man sich jetzt politisch von dem Ziel Schuldenbremse verabschiedet hätte auf Dauer und man sagt, na, war ein Fehler, war vielleicht, oder man könnte es ja auch verklären, war damals cool, jetzt nicht mehr, müsste man ja immer noch die Union mit ins Boot holen und das wird nicht passieren. Richtig. Einerseits, weil die Union diesen schwarzen Nullfetisch hat, einerseits, weil sie der Ampel nicht mit dem Dreck unter den Fingernägel gönnt und weil wir jetzt Friedrich Merz haben, der komplett keine Ahnung, wie öffentliche Finanzen funktionieren, also keine Ahnung davon hat. Friedrich Merz ist wieder da? Ich hab gehört, Helge Braun hat ihn verschluckt. Ja. Habe ich auch letztens in den Nachrichten gehört. Ja, aber das ist halt tatsächlich, das ist dieser Spielrahmen, den man halt nutzen kann und den tatsächlich unser neuer Finanzminister Christian Lindner auch full embraced. Sag das bitte nicht. Full embraced. Oder Christian Lindner Finanzminister. Nein, Finanzminister Christian Lindner besser zu sagen. Naja, er hat nicht so Schmuckentitel wie Games Minister Robert Habeck. so. Ja, das ist richtig. Das heißt, man sieht da schon, die kreative Finanzierung des ganzen Vorhabens, das ist da und der Wille auch dazu da. Also ich find's sehr schön, dass die FDP zumindest ein Mantra aus dieser Unternehmenskultur, dass man halt nur mit Investitionen bekommt man wieder Scheiß. Also kommt man, also so. Sparen nützt halt nix. Du kannst halt deine alten Maschinen abrocken und sparst dann, vielleicht machst dann halt für ein paar Prozent mehr Gewinn, aber irgendwann fliegt dir das um die Ohren. Aber wenn du eine neue geile Maschine baust, die irgendwie 20 Prozent mehr Output hat und das schön abschreibst und noch so ein paar andere Steuertricks anwendest, hast du mehr davon. Und man kann sich sogar noch den Tischkicker leisten. Richtig. Und so einen großen Cola, Coca-Cola-Kühlschrank. Ja. So, Dennis, Respekt, Chancen, soziale Sicherheit in der modernen Arbeitswelt. Da gibt es eigentlich, Bauen und Wohnen ist ein Teil. Es gibt wieder ein Bauministerium. Hartz IV, es kommt das Bürgergeld, Hartz IV wird umgebaut. Es kommt alles nicht mehr ganz so eklig, nicht richtig cool, aber nicht mehr ganz so eklig. Warte, da sind ein paar interessante Sätze dabei. Und zwar zum Beispiel den einen, der ist von der SPD. Ich glaube, der war von der SPD und wurde dann abgeschwächt. Und zwar heißt er jetzt, Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Und so vielwältig wie die Menschen, da müsste eigentlich heißen Grundrecht, aber dann kriegt die FDP sofort wieder Anfälle. Das ist ja Kommunismus. Ja, das ist wieder Kommunismus. Nachher kommen die doch mit dem Recht auf Arbeit um die Ecke. Ja, genau. Was es übrigens gibt in der Berliner Verfassung, aber nur so viel. Egal. Aber zum Beispiel steht auch drin, flexible Arbeitszeitmodelle, aber wir halten am Grundsatz des Acht-Stunden-Tages im Arbeitszeitgesetz fest. Das finde ich gut. Ja. Also das finde ich nicht gut, weil eigentlich hätte ich gerne eine 30-Stunden-Woche, aber... Naja, aber es ist halt dieses Schielen nach dem Motto oder das Jammern der Arbeitgeberin nach dem Motto, Ja, wir brauchen in diesen modernen Zeiten flexible Arbeitszeit. Da kann doch nicht sein, dass die alle um 18 nach acht Stunden den Stift fallen lassen. Wir müssen die mehr ausbeuten, weil digital. Ich würde gerade sagen, man kann es ja flexibler machen, aber halt nicht mehr. Richtig. Natürlich gibt es den Wunsch, auch von vielen Arbeitnehmerinnen, ihre Arbeitszeit anders einzuteilen. Ja. Dem steht das Gesetz aber bisher nicht entgegen. Genau. Also es gibt die Möglichkeit, bis zu zehn Stunden täglich zu arbeiten und im Einzelfall darf man auch bis zu zwölf Stunden machen. Dann ist nur das Problem, wenn man über diese Zwölf-Stunden-Regelung geht, dann muss der Arbeitgeber das in der Regel mit Freizeitausgleich und Geld. Nicht nur eins von beidem, sondern mit beidem tatsächlich ausgleichen. Aber das ist dann halt eben für die besondere Belastung, die da ansteht. Und ansonsten gilt halt dieser zehn Stunden beziehungsweise maximal 50 Wochenstunden Teil. Außerdem, genau, du sagtest gerade Bürgergeld, da steht auch der schöne Satz drin, Bürgerinnen und Bürger sollen ihnen zustehende Leistungen wie aus einer Hand erhalten im Rahmen möglichst niedrigschwelliger einheitlicher Anlaufstellen vor Ort. und das wäre auch eine große Verbesserung. Der Klassiker ist aktuell, du gehst zur Arbeitsagentur oder zum Jobcenter und beantragst dort Hartz IV und dann sagt dir die Behörde dort nach so sieben Monaten Prüfung, du hast aber hier 17 Euro zu viel, du hast darauf keinen Anspruch. Du musst jetzt bitte Wohngeld beantragen und Kinderzuschlag. Richtig, also es gibt Jobcenter, die das tun und einem sagen, ey, du musst aber hier das beantragen, es gibt auch Jobcenter, die das einfach nicht tun, weil das ist ja kein Standard und dann läufst du zum Wohnen, also zu deiner kommunalen, zu deinem kommunalen Wohnamt, beantragst dann dort und die prüfen dann wieder x Wochen. So, das ist halt albern. Du sollst einer Stelle gehen. Ich habe mal Kinderzuschlag und Wohngeld auch erhalten und beim Kinderzuschlag ist es sogar so, das hat hier in Berlin drei Monate gedauert ungefähr, bis das beschieden wurde. Einmal musste ich sogar Widerspruch einlegen, weil die irgendwie ein bisschen blöde waren und mehr oder weniger war das, weil das immer auf sechs Monate festgesetzt wird. Es dauert drei Monate, bis es fertig war und dann dauert es bis zur Auszahlung noch bis sozusagen zum vierten Monat. Also gab es immer einmal vier Monate auf einmal, dann gab es noch zwei Monate Einzelzahlung und dann musste man schon wieder neu beantragen. Aber es war auch natürlich nicht so, dass man Monate vorher schon neu beantragen konnte, weil die brauchten ja die Gehaltsnachweise der letzten drei Monate vor Antragstellung. Richtig. So und das ist, wenn man das weiß, dass das so läuft und man sich irgendwie darauf einstellen kann, dann mag das alles noch funktionieren. wenn man aber keine Kohle hat zum Essen kaufen und beantragt jetzt Hartz IV und sagt, nö, gibt's nicht, musst du halt woanders hin, du wartest wieder monatelang, dann ist das ein echtes Problem. Denn dann bist du tatsächlich darauf angewiesen, dass du jemanden findest im Jobcenter, der erst mal vorstreckt, das gibt es, das können die machen. Die können so Darlehen geben für diese Fälle. Aber da muss sich halt jemand drum kümmern und vor allem muss sich die Person selbst drum kümmern und nicht jede Person weiß das und ja, das ist halt scheiße. Ja. Und ich verstehe es auch nicht, also vor allem ist es auch in Sachen Verwaltungseffizienz ist das halt albern. Ist absurd. Weil du musst halt, da prüfen dann jetzt quasi drei Stellen am Ende deine Einkommensnachweise nach drei verschiedenen Gesetzen, so, das heißt, du kopierst deine Einkommensnachweise dreimal, ist halt komplett absurder Mindfuck, so, der einfach nur deshalb besteht, weil diese ganzen Sozialleistungen aus verschiedenen Töpfen bezahlt werden, so. Genau. Und das ist halt, nee, ist nicht, so. Das muss besser werden, das wäre, allein das wäre eine große Möglichkeit, vielen Leuten sehr gut zu helfen, so. Es gibt noch ein paar weitere gute Neuigkeiten, wie zum Beispiel, dass in den ersten zwei Jahren nicht überprüft wird, wie sieht denn deine Wohnung aus, ist sie groß, zu klein, zu teuer oder so. Ist mir jetzt in, also ich kenne jetzt auch wenig Fälle, in denen das passiert ist und wenn dann eher nach Jahren, ich halte das für so ein, also in der Regel ist das nicht das erste, was passiert. Na, wo wohnen sie denn? Sondern man gibt die Kohle da an und dann wird bezahlt erstmal. So kenne ich das auch aus eigener Erfahrung und das sind so Sachen, die dann erst später gemacht werden, sodass ich glaube, ist das hier auch so ein kleines Feigenblatt. Man zieht jetzt sozusagen, vielleicht schafft man damit auch tatsächlich einige Härten ab, die es irgendwo in manchen Verwaltungen gibt, aber ich glaube, in der Regel wird das auch schon so gehandhabt. Viel wichtiger allerdings, dass in den ersten zwei Jahren auch erstmal das Vermögen nicht angetastet werden muss. Denn das kann natürlich auch ganz schön reinhauen. Sagen wir, du bist mal irgendwie zwei Jahre arbeitslos und zwar so arbeitslos oder dann vier Jahre, sagen wir mal, sodass du dann auf Hartz IV runterkommst und die letzten beiden Jahre hast du aber zu viel Vermögen dir aufgebaut und jetzt nicht unbedingt in diesen Sachen, die nicht angetastet werden können, wie Riester oder so, sondern halt keine Ahnung was, in Aktien oder einfach so auf der Bank rumliegen oder was. Und dann wird gesagt, naja gut, nee, dann erstmal verbrennen die Kohle und dann sitzt du da rum und verbrennst in den zwei Jahren dann deine, weiß ich nicht, 50.000 Euro und dann findest du wieder Arbeit oder hast die Kohle aufgebraucht und jetzt kommt irgendwie jemand, aber es fehlen halt 50.000 Euro für deine Altersvorsorge und die sind, sag ich mal, schneller ausgegeben als angespart. Das ist schon, das ist cool. Und natürlich, der Hammerpunkt schlechthin, 12 Euro Mindestlohn. Ja. Wie konnte das denn nur passieren, Dennis? Was ist da, was ist da passiert? Hast du da, was hat dir Christian Lindner persönlich geschrieben? Ich glaube, der FDP ist das am Ende egal, tatsächlich, diese 12 Euro Mindestlohn, weil sie de facto, Kannst du mir leisten sagen. Nee, die wäre 2023 sowieso gekommen, de facto. Also die Kommission hätte anhand der Lohnentwicklung, das ist einfach vorgezogen. Es gibt ja auch dieses europäische Vorhaben irgendwie noch. Genau. Die 12 Euro sind wichtig, aber prinzipiell wären die sowieso bald gekommen. Und deswegen kann da die FDP diesen Sieg der SPD da sehr gerne gönnen, weil die SPD auf anderen Bereichen ja quasi, sie ist jetzt einfach nichts durch, also hat sie ja nirgendwo richtig durchsetzen können. So bis auf die Bahn halt. Das andere ist ja sehr, pfff, naja. Weil zum Beispiel, was hier in diesem Koalitionsverkehr komplett fehlt, ist halt zum Beispiel eine Bürgerversicherung. Größtes SPD-sozialpolitisches Projekt neben der Überwindung von Hartz IV ist die solidarische Bürgerversicherung. Kein Wort, keine einzige Silbe dazu. Nicht durchgesetzt. Weil das quasi Kerngeschäft der FDP berühren würde. Da merkt man halt plötzlich, wo die FDP sich durchgesetzt hat. Also ich glaube, die FDP hat sich gar nicht gegenüber so den Grünen durchgesetzt, sondern die SPD hat einfach gesagt, pfff. Aber ich glaube, die Grünen hatten die Bürgerversicherung auch im Programm. Ja, aber das Sozialprogramm der Grünen ist halt auch nur so da, um zu kaschieren, dass das halt eine Partei von Verwögendem ist. Sehr schön. Nee, aber es ist halt tatsächlich, es gibt so ein paar Sachen. Es gibt halt, ich habe noch ein paar Punkte, ich mache jetzt mal schnell runter offen. Tempolimit haben wir gehört, gibt es nicht. Was vielleicht mal gesetzlich kommen könnte, wäre keine Limitierung der Abstände für Windkraft, das durchzusetzen, zu sagen, so nee, es darf keine Abstände geben, auch nicht lokal, quasi diese Ausnahmen aus dem Baugesetzbuch rauswerfen, damit nicht so Bundesländer wie Bayern so einen Kilometer festlegen zu irgendeinem Gebäude, was halt de facto bedeutet, dass du gerade in Bayern kein Windkraftrad bauen kannst, weil du schaffst es nicht, auf einen Kilometer zu kommen. Oder du bist irgendwo im Wald, wo du nicht bauen darfst. Ja, klar. Was haben wir denn noch? Die Verantwortungsgemeinschaft kommt. Oh, was ist denn das? Das klingt ja schon wieder nach Kommunismus und der Abschaffung der heteronormativen Ehe. Richtig. Warum? Das ist, ja, das ist ganz schlimm. Das ist Angriff auf den konservativen Kernbereich der Familie. Ah, Artikel 6 ist in Gefahr. Richtig schlimm. Richtig schlimm. Hoch Schäf an. Richtig schlimm, dass jetzt Menschen einen Vertrag eingehen wollen, in dem sie sich gegenseitig verpflichten, auf sich zu achten und zu sorgen. Hä? Wo kommen wir denn da hin? Bäh. Ekelhaft. Also, die Grünen heißt es, glaube ich, Familienvertrag und in der Formulierung heißt es ein oder mehrere, nee, zwei oder mehrere Personen. Multiehen. Polygamie. Ja, ganz schlimm. Und, ja, und das ist halt nur noch ein Schritt, dann kommen die Tiere. Ich habe es immer schon gesagt. Am Ende bedeutet es tatsächlich, du hast ein unverhaltenes Ehepaar oder du hast zum Beispiel so Konstrukte wie Co-Parenting, wo halt zwei Personen einen Vertrag, wenn sie sagen, hey, wir kümmern uns gemeinsam um ein Kind. Und damit haben dann zum Beispiel Leute keine Probleme, zum Beispiel, wenn das Kind ins Krankenhaus kommt. Wo es heißt so, naja, es mag ja sein, dass sie dieses Kind ja aufziehen, großziehen, bezahlen, aber auf dem Papier sind sie nicht der Sorgeberechtigte. Jetzt hauen sie mal bitte hier ab. So. Wo es denn die Untervollmacht? Genau. Das ist auch einfach für viele Familien macht es einfacher, weil Leute wollen nicht heiraten. Punkt. So. Wenn sie heiraten wollten, hätten sie schon nichts getan. Tun sie aber nicht. Aber sie wollen trotzdem füreinander sorgen. Deshalb brauchen wir jetzt, Dennis, die Zwangsheirat. Wie bei der Zwangsimpfung brauchen wir jetzt die Zwangsheirat. Bin mal gespannt, wann die CDU mit Zwangsheirat um die Hand kommt. Apropos Kommunismus hier, auch nur ein schöner Satz. Wir wollen Modulares und Serielles bauen und sanieren durch Typengenehmigung und beschleunigen. Der Plattenbau kommt wieder. So. Sehr gut. Das ist dann ungefähr so wie die, ähm, ja, wie so eine Typenzulassung für Kraftfahrzeuge. Richtig. Endlich wieder die, äh, Wohnbauserie 70. Ne, 72 ist es, glaube ich. Ich hab keine Ahnung. Ja, der unabhängige Polizeibeauftragter kommt, ähm, es gibt, äh, ein, wir schaffen im, äh, Grund, wir schaffen, wir schaffen einem Grundsätze-Gesetz im Dialog mit den Ländern und den Kirchen einen fairen Rahmen für die Ablösung der Staatsleistungen. Äh, hier für die Profis, das ist hinten herangetackert als Grundgesetz aus der Weimarer Reichsverfassung. Das mit dem herangetackert ist nicht, also es ist kein, es ist wirklich so. Man hat einfach gesagt so, ah, ah, wir wollen auch nach Hause so, ah, jetzt noch mit den Kirchen, nee, weißt du was, Artikel, sonst was, der Weimarer Reichsverfassung gelten einfach weiter. Die treten hinten dran. Äh, hast du einen Artikel? Du suchst gerade. Äh, ja, Moment, das ist, glaube ich, der vorletzte oder so, oder so, der letzte. Ähm, aktuell ist tatsächlich so, dass zum Beispiel die Gehälter von so Bischöfen und so, die werden gar nicht aus Kirchensteuern bezahlt, sondern sie zahlt der Staat. Ja, das ist korrekt. Weil da die Ansage der Kirchen ist, ja, der Staat hätte sie ja mal irgendwann enteignet, so vor 700 Jahren und dafür müssen sie jetzt zahlen. Genau, da gibt es kein Enddatum. Genau. Gibt es kein Enddatum. Ich meine übrigens, es ist nicht ganz am Ende, ähm, sondern das ist irgendwo düdlüt. Artikel 40, 140, sorry, die Bestimmung des Artikels 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 11. August 1990 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes. Und da sind sie zitiert. so. Genau. Kurz vor Ende also. Richtig, kurz vor Ende. Artikel 140, ähm, da ist es dann herangetackert worden und da steht dann drin zum Beispiel drin, dass, äh, Kirchen folgende Rechte haben, keine Staatskirche, ähm, und Gedöns halt. Und der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der Seelischer Erhebung gesetzlich geschützt. Das ist so. Deshalb dürfen zum Beispiel nicht alle Adventssonntage verkaufsoffene Sonntage sein. Richtig, und das ist auch eine Forderung, glaube ich, vor allem der FDP und auch Teilen der Grünen, ähm, da mal Cut zu machen, zu sagen, so, ey, jetzt nach x 100 Jahren habt ihr jetzt auch mal genug von uns bekommen. Außerdem, ähm, so ein bisschen zum, zum Ende so der, so der, jetzt der liberalen, bürgerlich, äh, liberal bürgerlichen, ähm, ähm, äh, Reformen, äh, wir werden das transsexuelle Gesetz abschaffen und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen. Das transsexuelle Gesetz ist aus den 70ern des TSG. Und das ist mittlerweile ein ziemlich löchriges Gesetz. Ähm, das sieht man, glaube ich, wenn man auf Gesetze im Internet geht, da steht dann halt bei sehr vielen Artikeln so, äh, aufgehoben durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, aufgehoben durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Das Bundesverfassungsgericht hat quasi sehr viele Löcher da reingeschnitten mittlerweile, weil sehr viele, äh, Artikel in diesem Gesetz sehr, sehr verfassungsgerichtig waren. Altbacken und überholt und jetzt, glaube ich, ähm, Präsident der GIZ, meine ich, ne? Ja. TSG. In der Tat. Mhm. Und, ähm, das ist halt, es fängt halt wirklich an, es gab halt so Sterilisierungsgebote und überhaupt und so gedönst, dass wirklich richtig bevormunden und ekelhaft das Verfahren ist, dass man halt, ja, also, ich meine, das kann sich, das kann man sich ja vorstellen, dass es da irgendwie nach fast 50 Jahren da mal einfach ein Update braucht, dass sich eben versucht, auch diesem Thema anders zu widmen, als man das vor 50 Jahren gemacht hat. Das liegt ja irgendwie auf der Hand. Da gibt's, ja, also, wir haben jetzt viel übersprungen, ne? Also, Chancen für Kinder, starke Familien und so, haben wir hinter uns gelassen, Freiheitssicherung, Gleichstellung, wenn man so ein bisschen erwähnt hat, Dennis das mit dem Polizeibeauftragten und der ganze Käse, Deutschlands Verantwortung in Europa. Dennis, ich hab noch eine letzte Sache. Eine letzte Sache. Ja, bitte, bitte. Eine letzte Sache. Und zwar, die Konferenz sollte, also, wir werden eine europäische Konferenz angekommen, die Konferenz sollte einen verfassungsgebenden Konvent münden und zur Weiterentwicklung zu einem föderalen europäischen Bundesstaat führen, der dezentral auch nach den Grundsätzen der Subseiderität und der Verhältnismäßigkeit organisiert ist und die Grundrechtscharta zu Grundrechts, der Grundlage hat. Die wollen Deutschland abschaffen. Oh nein. Was hat die AfD sich schon geäußert? Was hat sie gesagt? Wir haben drei europäische Parteien, die alle mehr oder weniger in ihren Programmen drehen, statt würden gerne diese EU mal zu einem europäischen Bundesstaat weiterentwickeln mit eigener Verfassung. Aber nicht mit den Franzosen. Richtig. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich dazu bekannt hat, auch wenn das quasi ein Satz für die Papiertonne ist. Vermutlich wird das so sein. Oh, super Abschreibung habe ich auf meiner Liste stehen noch. Ja, das ist aber nur für dich wichtig. Richtig. Du kannst jetzt große Maschinen kaufen und die sofort von zwei Jahren abschreiben. Sofort, komplett. Nee, ich glaube in zwei Jahren nicht. Aber was man abschreiben kann, dank Corona sind ja Computer in einem Jahr. Ach so, ist das so, Dennis? Ja, du kannst jetzt einen Laptop kaufen und kannst dich volle Summe entweder als Unternehmensausgaben komplett von der Steuer absetzen oder als Werbungsausgaben, wenn du Arbeitnehmer bist, weil du diesen Laptop für Arbeitszwecke kaufst. Vorher musstest du den über drei Jahre lang abschreiben. Ich habe dieses Jahr saniert, modernisiert bei mir im Unternehmen. So, übrigens, nicht alles, ne? Ach so, was ist denn mit, Moment mal, stopp mal, halt. Gilt das auch für Peripheriegeräte? Äh, nein. Doch, doch, alles, alles was mit dem Computer zusammenmacht, aber keine Handys und keine Tablets. Stopp mal, aber das gilt auch schon, für angebrochene Anschaffung oder jetzt nur für neue Anschaffung? Ja, alles. Du kannst alles jetzt vor diesem Jahr noch absetzen, komplett. Das heißt, ich kann jetzt sozusagen meine Resttastatur vom letzten Jahr, kann ich jetzt sagen, die ich alle noch mit ein Siebtel abschreiben musste. Ja, kannst du in diesem Jahr komplett alles absetzen. Und was ist mit meinem Schreibtisch? Nein. Scheiße. Aber der Bildschirm? Ja. Und auch die Maus? Ja. Geil. Das sind auf jeden Fall für mich schon mal, sag ich dir, wie es ist, wenn das jetzt sechs Siebtel der ganzen Summe ist, dann bewegen wir uns schon auf jeden Fall im Bereich von vier bis fünfhundert Euro. Geil. Danke, Christian Lindner. Danke. Nee, das hat ja gar nicht Christian Lindner beschlossen, das war noch Olaf Scholz. Danke, Olaf. Und zwar, wer hat das gemacht, worüber sich alle sagen, das sei verfassungswidrig, und zwar als BMF-Schreiben. Ein Klassiker der politischen Steuerung. Ach, sehr schön. Ja, sonst noch was zu sagen, oder war es das jetzt? Das war es jetzt. Oder, oder warte mal, was würdest denn du sagen, wie, wie würdest du das, ähm, wie würdest du das bewerten? Also ich gebe dir mal drei Sachen zur Auswahl. Ich gebe dir mal drei Sachen zur Auswahl, ich muss gerade mal das dritte finden. Wo ist es denn hin? Hä? Genau. Dennis, ich gebe dir mal drei Sachen, ja, zu bewerten, und du sagst, wie du das, findest, findest du, der Koalitionsvertrag ist eher so? Oder findest du, der ist eher so? Ich will Geld verdienen und mir Sägejachten kaufen von meiner Dividende und sowas. Oder findest du, der ist eher so? Jeder, der mit Dreck beworfen wird, hat den Unschuldsbeweis zu erbringen. Ich würde sagen, der Koalitionsvertrag ist das hier. Ist es die Bazooka? Nee, die Bazooka war doch schon, das ist doch jetzt alt, denn jetzt denk dir doch mal, denk dir doch einfach mal neue Sachen aus. Einmal im Keine Bremsen, Martin Schulz. Das ist das Problem, jedes Mal, wenn ich in deinem Game schlage, spielst du Keine Bremsen, Martin Schulz ein. Ja, und? Das funktioniert auch für mich jedes Mal ganz gut. Ja, also tatsächlich, ich bin mit vielem nicht einverstanden, so. Und ich finde auch vieles viel zu schwach. Aber, es passiert eigentlich mal was. Also man ist halt wie nach 16 Jahren Lehm, also Lehmherrschaft der Angela Merkel, in dem man nur reagiert hat. ist jetzt so ein bisschen Gestaltungswille plötzlich da. Und das fände ich gut. Und es bedeutet vor allem auch politischer Streit in der Sache. Und nicht mehr so gedöhnt. Also es ist halt wirklich, wir können jetzt um so harte Fakten schenken. Wie wollen wir die deutsche Bahn organisieren? Darüber kann man sich wirklich sehr hervorragend streiten, wo es auch nicht die Wahrheit gibt tatsächlich. Es gibt Wege, das so zu machen oder so zu machen, und man kann sich irgendwo dann einigen und da können vielleicht alle sogar glücklich damit sein. Das kann ein sinnvoller Weg sein. Aber man kann sich jetzt in der Sache wieder über Dinge gut streiten. Und es gibt einen Willen, Dinge zu machen. Und das ist, allein das, allein das macht mich schon positiv. So. Ich finde da viele Scheiße drin. Ich finde da fehlt vieles. Tatsächlich, also da ist, also ich, da würde ich komplett mit dir übereinstimmen. Vor allem, was mich, das hat mich ein bisschen auch zum Nachdenken gebracht, aber ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass da einfach mal Dinge angekündigt werden, die sich verändern sollen. Ja. Die gemacht werden sollen. Das es ja vorher nicht so richtig gab. Also klar, so ein bisschen immer mal hier und da, aber zu sagen, so, wir ändern jetzt mal so ein bisschen, wir machen, es gibt jetzt so ein Bürgergeld, so ein Bürgerinnengeld. Das wird jetzt einfach gemacht, das wird einfach ein bisschen zusammengezogen, es wird einfacher für alle, alle haben mehr Spaß und es wird nicht mehr so viel gegängelt, das ganze Gängeln konnte man irgendwie der FDP nicht abkaufen, aber wird gemacht. Wir erhöhen den Mindestlohn jetzt halt einfach per Gesetz mal auf 12 Euro. Davon profitieren sofort 1,5 Millionen Menschen oder 1,4 Millionen, was es sind. Und solche Sachen stehen einfach mal drin, die einfach mal gemacht werden. Genau. Und das ist das, was mich tatsächlich jetzt so nicht negativ gegenüber dieser Ampel stellt, weil, obwohl da die FDP drin ist und obwohl da die Grünen drin sind und obwohl da die SPD drin ist, das gehört auch zur Wahrheit, dass jetzt tatsächlich es eine Koalition gibt, die nicht komplett gegenüber fundamental ist, sich gegenübersteht. Und da sind Parteien dabei, die zumindest eine Idee haben, wie die Zukunft aussehen könnte. Während die bisherigen Koalitionen von einer Partei geführt worden sind, die keine Idee von der Zukunft hatte, sondern deren einziger Zweck war die Verwaltung des Jets. Und macht sichern. Macht sichern, genau. Und jetzt kann man sich tatsächlich mal wieder reiben. Das finde ich auch sehr schön. Genau. Ich habe noch einen Kommentar eingefangen von einem, ja, ich sag mal, was heißt eingefangen, habe ich ihn noch nicht. Eigentlich ist es ein Live-Kommentar jetzt von einem Weihnachtsgeschenk, das gemacht werden wird. Nicht für dich, aber für jemand anders. Wie? Ja, das ist halt für jemand anders, ein Weihnachtsgeschenk. Aber ich gebe schon mal eine kleine Sneak-Preview auf dieses Weihnachtsgeschenk und sage, das ist ein hervorragendes Geschenk. Man kann es, also ich habe es dieses Jahr schon mehrfach verschenkt an verschiedenste Personen, zu Geburtstagen, Einschulungen, wahnsinnig viele Anlässe und es ist wirklich toll und macht jedes Mal wieder Spaß. Achtung. Mach es nochmal. Verschenkst du Furzkissen? Ja, klar. Sehr geil. Sehr gut. Sehr gut. So gut. Sehr gut. Willst du wissen, wo es die gibt? Es gibt auch eine Vorragende. Es gibt verschiedenste Furzkissen hatte ich schon in meinem Leben und dieses hier ist echt gut. Nicht so teuer. Vier Euro und relativ robust. Es gibt hier einen Scherzartikelladen in Neukölln, wo du auch verschiedene Sorten Scheiße kaufen kannst, aus Plastik. Ja, nee, es muss gar nicht so sein. Es ist tatsächlich ein Spielzeugladen hier in der Schönhauser Allee. Sehr gut. Die haben die, aber die sind echt, also die bestellen das immer so in recht großen Mengen und die sind dann auch sehr schnell ausverkauft. Also es geht echt weg wie warme Semmeln. Ich war schon mehrfach da und es gab keine. Und da hat die gesagt, nee, kommen sie einfach in zwei Wochen wieder. Wir kriegen wieder welche, aber die sind immer sehr schnell weg. Ach, wie geil. Furzkissen, das geht auch nicht aus der Mode. Ja, nee, total. Und es kommt hier von Simba Toys aus Fürth. Ach, lokale Förderung sogar noch. Hashtag keine Werbung. Richtig. Und es steht richtig geil auf dem Furzkissen steht fett drauf Pupsi und unten steht Simba, Simba Toys, Werkstraße 1 90 765 Fürth, Germany und dahinter 10 8 4 2 9 9 8 8. Keine Ahnung, was das sein soll. Steuernummer vielleicht. Auf dem, und zertatte die, auf diesem Gummibezug des Kissen haben die die Adresse einfach drauf. Richtig geil. Richtig old school. Das Design hat sich, glaube ich, auch seit 40 Jahren nicht geändert. Hervorragend. Sehr gut. Damit kommen wir zum letzten Punkt, Dennis. Die Anycast-Abmoderation Ihr könnt diesem Podcast auf verschiedenen sozialen Kanälen folgen. Auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook. Aber auf Facebook wird nichts passieren. Aber folgt da trotzdem mal. Und viel wichtiger, im Netzwerk der Wahrheit, noch bevor es verboten wird, schnell reinklicken, Telegram. t.me slash Anycast-Official, da sind wir zu finden. Und da gibt es auch noch wenige Tage in diesem Jahr den großen Anycast-Tütensuppen-Adventskalender. Und wenn euch das alles noch nicht reicht, könnt ihr gerne eine schöne Bewertung bei Apple Podcasts für uns hinterlassen, ein paar Sterne rausdrücken oder auch irgendwie ein paar Euro zuschmeißen, einen schönen Giro-Code dazu und Bankverbindung findet ihr auf anycar.st slash unterstützen. Vielen Dank auch an alle, die das bisher schon tatreffig getan haben. Das unterstützt uns sehr. Wir haben großes vor für nächstes Jahr. Wir hoffen, ihr hattet einigermaßen Spaß. Super Abschreibungen. Super Abschreibungen. Wir können euch aber keine Spendenquittung noch nicht. Noch nicht. Vielleicht wird das irgendwie, nein, das wird nie der Fall sein, das können wir schon verraten. Wir wollen das Geld einfach nur dafür nutzen, uns ein schönes Leben zu machen, glaube ich. Ja. Oder Serverkosten zu bezahlen oder so. Vielleicht auch ein bisschen neues Mikro an der einen Handstand. So. Haben wir noch was zu sagen? Nö, das war's. Das war's. Dann wünschen wir euch frohes Weihnachtsfest. Nee, Schatz, dürfen wir nicht mehr. Weihnachten ist ja gecancelt. Ja, ist gecancelt. Frohe Feiertage. Frohe Feiertage. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutscht beim Abschreiben nicht aus. Und vielleicht ist ja dann die Pandemie bis dahin im Januar vielleicht nicht mehr so anstrengend. Bisschen weniger anstrengend. Nein, das wird nicht so sein. Das wird richtig hardcore, richtig schlimm. Omikron wird lustig. Bis dann. Aber jetzt gibt's erstmal Glühwein. Und Finanzminister, nee, sorry. Und Gesundheitsminister Lauterbach. Wird alles besser jetzt. Da klatschen wir nochmal ganz kurz. Herzlichen Glückwunsch, Karl. Auch an dieser Stelle. Dann bis Mittwoch bei Lanz. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020